Ich darf Sie euch alle ganz herzlich begrüßen zu der Veranstaltung, die hier oben angezeigt ist, die jetzt im Titel der Sicherheit vor, diese Vereinteilung in dieser Vorgeschichte, die einmal konkret ist und einmal, glaube ich, grundsätzlich ist. Ich denke, in der Kultur in Jena hat sich in den letzten fünf, sechs Jahren einiges verändert. Und ich sage einmal bewusst, sowohl was die Kultur selbst betrifft, wie auch wie sie wahrgenommen wird in der Stadt. Ich denke, dass, ich beschreibe das mal mit einem Zitat von Herrn Heinzelmann vom Tealerhaus, den ehemaligen Geschäftsführer oder jetzt zur Zeit auch wieder amtierenden Geschäftsführer gesagt hat, also 2006 nach Jena im Grunde ist, da war die Kultur der Sagenhäubischen obendrauf und das Sagenhäubische obendrauf natürlich auch mal schnell weggenommen werden, wenn die Zeiten etwas schlechter sind. Und heute hat er das Gefühl, heute hat die Öffentlichkeit in der Politik gegriffen, dass Kultur an sich selbst im urbanen Leben dazugehört. Und man hat sich diese Wendlichkeit auch in Jena mit ausgemacht. Und heute eigentlich auch in der Politik und auch in der Öffentlichkeit gegriffen, weil Kultur ist etwas, was keine freiwillige Angelegenheit ist, sondern etwas, was fundamental selbst solcher Täter dazugehört und es entsprechend auch finanziert werden muss, entsprechend auch voraussetzlich kommen muss. Ich glaube, da diskutieren wir auch relativ guten Konsens mittlerweile in der Stadt. Das Zweite ist, die Kultur ist selbstbewusster geworden. Das ist so meine Erfahrung. Gerade auch die freie Kultur, die mir selbstbewusster geworden ist. Sie meldet sich viel öfters zu Wort, sie meldet ihr Bedarf an, sie meldet, ich stelle ihre Projekte vor. Das ist eine Entwicklung, die mich sehr freut. Als ich 2004 im Kulturausschuss kam, musste ich oftmals hier hinterherlaufen, den Kulturinitiativen, um zu sagen, ja, wenn man für euch was tun möchte, braucht man auch eure Unterstützung. Heute muss man nicht hinterherlaufen. Die gehen voran, die Kulturinitiativen. Man kommt jetzt noch kaum hinterher manchmal. Und es gibt ganz viele neue Projekte, es gibt ganz viele Projekte, die sich auch etabliert haben. Es gibt Projekte, die gerade ihren Platz gefunden haben, wie das Momolo am Sonntag oder die vielleicht ganz neue Ideen in die Zukunft planen. Und das macht mich stolz auf Wiener, dass so eine Kreativität mit dabei wirklich zu spüren und zu passen ist. Und ja, soweit die allgemeine Vorrede, die konkrete Vorrede zu diesem Abend ist, dass das Thema Räume für diese Kreativität, für diese Kultur in der Stadt ein Thema ist, was uns auch seit Jahren beschäftigt. Das hat uns beschäftigt bei der Kulturkonzeption, als wir sie erarbeitet haben. Da war das Beruf und so zur Kultur, aber auch den Tanzverein bis hin zu Orchestervereinigungen und hören immer ein Thema, wo oben wir, wo können wir auftreten, wo können wir Ausstellungen machen, wo können wir einfach für andere Leute etwas machen, wo können wir es selbst ausprobieren. Das war immer ein Thema in der Kulturkonzeption. Es gab dann letztes Jahr eine Initiative von dem Soziokulturellen Beirat, dem Kulturausschuss, eine Frage an die Stadtverwaltung zu richten, welche ständliche Immobilien eventuell für Zwischennutzungen oder auch längerpflichtige Nutzungen möglich sind. Diese Frage hat sehr lange, nur Stadtverwaltung geruht. Es hat fast ein Teil der Jahre gebraucht, um beantwortet zu werden, die Beantwortung im Januar war dann eine sehr schulterziehende Antwort, um das mal so auszutrücken. Man fühlte sich zum Teil nicht zuständig, zum Teil hatte man auch keine Ideen. Also man konnte wenig entnehmen, diese Antwort. Wir hatten im letzten Herbst, auch mit der Umsatzwohl verbunden, das Thema Rentenbüro eine ganz arg gut. Dafür gab es auch eine sehr unbürokratische Lösung. Da glaube ich, hat die Stadt ganz gut reagiert. Aber das grundsätzliche Problem ist nahe und vor offen. Und unsere Fraktion hat dann einfach überlegt, dass wir eine Veranstaltung heute Abend einfach mal organisieren, um nochmal einen neuen Impuls, gerade für diese Frage der Räume in der Stadt, für Räume auf Kulturen in der Stadt zu setzen, um nochmal an der politischen Ebene, in der Stadtverwaltungsebene, den Sinne zu schärfen, Leuten aus China die Möglichkeit, nochmal zu gehen, auch direkt nochmal den Stadtverwalt an der Politik zu sagen, was sie benötigt. Und auch von außen einen Blick zu warten. Deswegen haben wir auch zwei Lastredner von außerhalb gewonnen. Wie es an anderer Stelle läuft, kriegen wir vielleicht in einer akademischen Blickweise auch nochmal dieses Problem. Und da hoffe ich, dass wir Anlegungen kriegen. Ich hoffe, dass wir uns diskutieren können. Wir haben auch noch ein längeres Diskussionsblock hintendran geplant. Da wird auch möglich, dass wir auch gut ins Gespräch kommen. Den Ablauf sehen Sie hier hinter mir an der Wand. Es wird beginnen, ja, Entschuldigung, von der BAUSEN-Universität. Und danach haben wir eine kurze Zeit zurückfragen, insbesondere auch Verständnis zurückfragen, um noch etwas gleich mehr erklärt zu bekommen. Also 20 Minuten Vortrag, 10 Minuten Zeit zurückfragen. Dann 20 Minuten Frickhoff aus Leipzig in Haushalten. Ja, das Konzept des Rechtehauses wird in Leipzig betreut. Kurz aber mehr auch zum Thema Zwischennutzung. Wie kann man Vertrauen gewinnen zwischen Hausbesitzern und Mietern und Nutzern? Etwas sagen wird, brauchen wir dann die Möglichkeit, rückzufragen, ein Nachentscheidment des kulturellen Beitrages, ein Städtchen von der BAUSEN-Universität als Städtungsdezernent, um danach vielleicht noch eine Stunde Möglichkeit auch in einem ganz bestimmten Ort zu kommen. Ich freue mich auf den Abend und ich wollte jetzt Herrn Schuler das Wort hernehmen. Ich bedanke mich für die Einladung und freue mich, dass es schon zum zweiten Mal hier auch Einladungen gibt. Von Herrn Herr war ich schon mal bei der Stadt-Stunden-Wohnung-Konferenz, dieses Pläurentags vorzogen, genau auch hier im Saal. Und das zeigt auch, dass es in jeder Regelus-Vision gibt eigentlich zum Thema Stadtentwicklung. Das freut mich natürlich als Stadtplaner, auch als Wissenschaftler, und dass die Grünen da sehr stark beteiligt sind. Gut, der Arbeitszicht meines Vortrags, weil, wie ich schon mal gesagt habe, die können in Städten BAUSEN-Wohnung für Kreativität erzeugt werden. Ich habe es noch mal ein bisschen allgemeiner gesagt, Räume von Kultur und Kulturwirtschaft. Ich würde dabei folgendermaßen vorgehen. Zuerst möchte ich noch mal kurz in Erinnerung rufen, was eigentlich die Bedeutung von Kultur und Kulturwirtschaft für die Stadt und für die Stadtentwicklung ist, um dann die einzelnen Akteure und deren Raumbedarfe zu differenzieren. Denn wir haben es mit einer ganz vielfältigen Szenen von Akteuren zu tun, die eigentlich alle verschiedene Bedarfe haben, auf die Rücksicht zu nehmen ist. Ich möchte dann ein paar allgemeine Strategien für Raumnutzer vorstellen. Also, wie kommt man eigentlich an die Günstige Beweite, was gibt es da für Möglichkeiten, und das mit einigen Beispielen aus Deutschland und dem Ausland illustrieren, um schließlich zum Fazit zu kommen, was kann Jena tun, was kann in Jena getan werden. Ganz kurz möchte ich mich noch selber vorstellen. Ich bin als Mitarbeiter in der Professur Stadtplaner der Bauhaus-Universität. Seit 2011 bin ich quasi ein Neu-Thüringer, deswegen kenne ich mich in Jena auch noch sehr, sehr wenig aus, muss ich sagen. Aber es war ja auch ein Lipp von außen erwünscht, insofern. Davor war ich sehr grün-nah. Ich habe bei der Bundestagsfraktion der Grünen gearbeitet, als Referent für Kommunalpolitik, und war davor sehr lange in der Breistadt Bayern. Da kommt auch irgendwie ein ganz tolles Regierungsvermeister her, der ja so kommentiert in Szene gesetzt wurde. Und habe aber studiert in Berlin, Stadt- und Regionalplanung. Gut, was heißt also Kultur und Kulturwirtschaft für eine Stadt? Einfach ein paar Schlagworten. Ganz klar. Das Wichtigste, denke ich, ist einfach Lebensqualität. Also Kultur ist etwas, was zum Leben dazugehört, was Lebensqualität bedeutet. Und allein deswegen, denke ich, ist es eine kommunale Aufgabe. Es erfüllt aber auch bestimmte weitere Funktionen. Ganz wichtig ist zum Beispiel, dass es Leuten ermöglicht, überhaupt im gesellschaftlichen Leben in besonderer Weise teilzunehmen. Das ist ein Feld, wo man sich selbst zuwirklichen kann, wo man andere Leute treffen kann, was eben Teilhaben bedeutet und damit auch Integration leistet. Das ist jetzt für eine wachsende Stadt wie Jena nicht ganz unwichtig. Da muss man jetzt auch gar nicht irgendwie an Leute aus ganz exotischen Ländern denken, an die natürlich auch, aber auch irgendwie der Garmischer und der Kieler, der nach Jena kommt, nämlich die Kielerin, irgendwie wollen sich ja hier in die Stadtgesellschaft integrieren. Und da ist Kultur natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Also, sei es, dass man abends zu meiner Bahnstattung geht, sei es, dass man im Chor singt oder dass man ein Projektbild macht. Insofern ist es also eine wichtige kommunale Aufgabe einfach für die Stadtgesellschaft. Was man aber auch immer sagen kann, ist es natürlich auch ein Standortfaktor. Ganz viele Leute denken da zuerst mal an das Thema Tourismus und das Image der Stadt. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Was aber gerade in Jena genauso wichtig ist, ist das Thema Kreativwirtschaft. Gerade weil Jena ein großer Umstandort ist und auch mit großen Firmen, die in Forschung und Entwicklung tätig sind. Kreativwirtschaft ist ja so ein Zauberwort der Stadtentwicklung in den letzten Jahren geworden, wo man darauf gepocht wird, dass es da weniger eigentlich um, ich sag mal, um auch so harte Standortfaktoren geht, sondern eher um so ein kreatives Milieu. Also Leute wollen praktisch irgendwie mit Gleichgesinnten einfach irgendwie in Kontakt kommen, mit denen möchten diskutieren können, möchten sich treffen können. Also da geht es um die Schaffung eben so eines Milieus von Kreativen und das ist in der Tat als ganz wichtiger Standortfaktor erkannt worden. Und das ist auch genau der Punkt, wo es denn weniger um die Hochkultur geht. Also beim Thema Tourismus, vielleicht geht es eher um die Hochkultur irgendwie, staatliche Theater, Orchester und so weiter. Beim kreativen Milieu geht es eigentlich eher um so die Off-Szene und irgendwie viele kleine Initiativen. Also ich denke an die wirtschaftliche Bedeutung gegen die Kulturwirtschaft und gerade auch der kleinen, sagen wir mal, der Off-Szene lässt sich über diese Kreativwirtschaft ganz gut darstellen. Ich möchte jetzt also ein bisschen die Akteure und Bedarfe differenzieren. Diese Bildersammlung ist ganz einfach das, was man an Bildern bekommt, wenn man jener, wo Kultur einnimmt. Vielleicht kennt ihr auch den einen oder anderen Produkten. Man sieht, das ist alles dabei, irgendwie ist es Hochkultur dabei, das sind die Off-Szene dabei, es sind einzelne Akteure dabei, in diesen Gruppen dabei, es sind einzelne dabei. Altes und Neues sehr gemischt. Das war praktisch auch so in der Absprache der Zuschnitt dieses Vortrags. Also es geht wirklich praktisch von der Theatergruppe bis zum Webdesigner. Alle, die irgendwie kreativ sind, die sich in der Stadt kreativ oder künstlerisch betätigen. Die meisten haben aber etwas gemeinsam, so eine relativ geringe finanzielle Spielrolle. Da geht es ja auch gerade heute Abend, wie kommen diese Leute und diese Gruppen trotzdem an Räume. Ich habe schon gesagt, es geht eben einerseits um Einzigpersonen oder auch um Gruppen, das wird bei den Raumbedarfen natürlich eine Rolle spielen. Die ganze Szene ist geprägt durch eine hohe Dynamik, also da ist einfach viel Bewegung drin irgendwie, auch durch Kooperation, man kennt sich, man macht immer wieder mal Projekte zusammen, mit neuen Zusammensetzungängen. Das ist also wirklich eine Szene, die in sich sehr aktiv ist. Und es gibt gewisse Plattformen, Netzwerke, Multiplikatoren, da gibt es nun mal irgendwie die LRG Soziokultur, der hat daraus gesucht, auch jener Kultur, eine städtische Arktur, der spielt eine große Rolle, jener Apulis als Plattform. Also es gibt so einige Netzwerke, auf die man hier zugreifen kann. Ich versuche jetzt mal relativ abstrakt, diese Raumbedarfe zu differenzieren und hoffe, dass ich dabei ein paar Anregungen geben kann. Also es gibt nicht einfach den Raum für die Kultur, sondern es gibt eben verschiedene Nutzer, die haben verschiedene Sachen vor und da haben sie auch verschiedene Raumbedarfe. Um es mal ganz simpel zu sagen, die wichtigsten unterscheiden wir einfach Einzelräume, Gruppenräume und Veranstaltungsfolge. Im Einzelnen die Einzelräume. Das können diese Einzelräume sein. Das sind also praktisch Ateliers oder auch irgendwie Büros, wo eben der von benannten Webdesigner arbeitet. Das sind Räume, die sind relativ häufig genutzt. Also da geht man eigentlich fast täglich hin und arbeitet da. Meistens macht man das tagsüber. Wenn man da arbeitet, ist es Thema Kreativwirtschaft und kreativen Milieus wichtig, sich mit anderen Kulturschaften zu vernetzen. Also deswegen machen das die Leute ja auch nicht irgendwie daheim am Kürtentisch, sondern versuchen da irgendwie einen Raum zu bekommen, wo sie entweder zusammenarbeiten oder sich in der Umgebung befinden, wo man öfter mal einen betrifft, wo man mal irgendwie mittags zusammen essen gehen kann oder auf einen Kaffee irgendwie und einfach so informell eben Dinge besprechen kann. Das ist ja in der ganzen Szene, seit der hohen Dynamik wichtig, einfach, dass es da viele Möglichkeiten zu informellen Kontakten gibt. Deswegen sind das Räume, die vor allem unertertisch besucht werden, einfach weil da, wo man nicht hältbar ist, wo man mal eben auf einen Kaffee gehen kann oder die in so Klastern angebauten sind. Also einfach dann so viele auf einem Raufen sitzen irgendwie, dass die in sich auch wieder eine kürtische Masse bilden und miteinander in Kontakt kommen. Und dann das kleines Beispiel, das kleines Bildbeispiel eben von so einem Coworking Space, weil das Wort ist jedem geläufig mittlerweile, also das ist praktisch eine neue Art von Bürozusammenarbeit. Ich werde es später noch mal genauer leuchten. Eine andere Art von Räumen, die für die Kulturszene wichtig ist, sind einfach Gruppenräume, wo als Versammlung stattfinden, natürlich auch Proben. Der einzelne Nutzer nutzt das relativ selten, also meistens mal eine Ländewoche oder so, allerdings regelmäßig, und das meistens abends. Es gibt relativ geringe technische Anforderungen, würde ich sagen, außer jetzt wirklich irgendwie die Programme für die Welt, die stärker entstehen, aber sonst tut es im Grunde irgendwie eine Stuhlreihe, die man an die Seite stellen kann, wieder hinstellen kann. Da kann irgendwie eine Tanzgruppe damit arbeiten, da kann die Bräume mitarbeiten. Also gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Weil da ziemlich viele Leute hinkommen müssen, ist eine verkehrskünstige Lage wichtig. Weniger wichtig, wir dafür jetzt irgendwie so eine urbane Integration das stellen natürlich schön, aber es muss gar nicht unbedingt sein, das ist nicht so wichtig, wie jetzt bei einzelnen Büros und einzelnen Atemiers. Veranstaltungsräume, das sind die Räume, wo dann die Frau passiert, also das Kulturschaffende präsentiert mir immer wieder, sei es jetzt Theateraufführung oder Boardkonzert oder wie auch immer. das sind die Räume, bei denen diese Aufführungen stattfinden können, denen auch größere Versammlungen stattfinden können. Die sind eigentlich sehr selten, die wir uns zumindest vom einzelnen Akteur, haben auch hohe technische Anforderungen. Also wir sind sehr spezialisiert, diese Räume, da ist diese ganze Technik vorhanden. Und deswegen sind die auch auf gewisse Auslasten natürlich angewiesen. Auch die werden meistens abends benutzt. Und dafür ist es auch wichtig, dass eine gewisse Adresse wird, eine gewisse Repräsentativität besitzen. Das heißt nicht, dass es jetzt irgendwie in einem alten Planeten stattfinden muss, sondern auch irgendwie ein Club kann ja irgendwie repräsentativ sein, eine bestimmte Szene. Wichtig ist, dass man weiß, okay, das ist da und da. Das ist eine Adresse. Was gibt es denn jetzt für Strategien, um an diese Räume in ihrer ganzen Verschiedenheit günstig zu kommen? Das ist aber natürlich irgendwie, die einfach regulär zu bieten. Also ein Punkt ist wahrscheinlich für den meisten der Strukturschaften nicht das Thema. Man mietet dann entweder aus einem eigenen Budget oder mit Unterstützung. Es ist natürlich immer möglich, dass mit einem Unterstützer, sei es die Stadt oder wer auch immer, da einen Zuschuss, was eine Strukturforderung gibt. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, die das Ganze vielleicht ein bisschen verbilligen können. Also eine Möglichkeit, die auch schon mal angesprochen wurde, ist natürlich Umnutzung. Man wird auf die einzelnen Punkte danach noch genauer eingehen. Eine andere ist Zwischennutzung. Dann etwas, was man Pioi-Nutzung nennen kann. Wir wollen die einfach vorher gar nicht genutzt werden. Dann gibt es zwei Punkte, die mir sehr wichtig sind. Die Mehrfachnutzung zusammen mit anderen Akteuren und die Nutzung jetzt mit anderen Akteuren. Das sind jetzt irgendwie sehr viele Begriffe auf einmal. Ich werde sie nach und nach erläutern. Umnutzung, klar, von Gebäuden, die vorher eine andere Nutzung hatten, meistens sind das Gebäude, die vorher einfach, also die eine sehr spezielle Nutzung hatten und jetzt schwierig für eine andere Nutzung aufzubereiten sind. Also zum Beispiel die Regen alte Industriehallen. Das ist irgendwie so der Trend, wie ich in den 90er-Jahren habe und sage, okay, im Grunde sind die wunderbar geeignet irgendwie für Kultur, weil es ist durch die besondere Architektur eine besondere Adresse und es sind eben Strukturen, die tatsächlich schwer nachzunutzen sind. Die steht vielleicht im Rentenbarstand, deswegen muss man sie erhalten oder muss man sie erhalten und wir einfach mal die Identität kriegen. Es wäre aber schwierig, da irgendwie was anderes reinzukriegen. Insofern ist Kultur eigentlich, sei es das Probenraum oder Aufführungsraum oder so, eine sehr dankbare Nutzung dafür. Man muss aber meistens bauliche Investitionen da noch reinstecken, irgendwie um das Ganze nutzbar zu machen. Also man kann sich einfach irgendwie diese Reihe zum Probenraum nutzen. Oft hält sich das aber einigermaßen intensiv. Trägerschaft kann ganz unterschiedlich sein. Also ob das jetzt irgendwie ein Verein, ein Trägerschaftseigentümer oder ob der sich da einmietet bei einem Investor, der das irgendwie vor zehn Jahren rausgemietet oder so. Dann ist eigentlich egal in der Nachbarungskonflikte mit anderweitigem Nutzungsdruck. Also das geht dann eher schon in Richtung nächsten Punkt, die Zwischennutzung. Wenn das Flächen sind, die eigentlich sehr attraktiv sind, dann werden die auch in der weiteren Zukunft weiterentwickeln. Dann sind wir eigentlich bei der Zwischennutzung von Gebäuden. Da ist es auch so, dass die Eigentüberschaft eigentlich relativ legal ist. Also Zwischennutzungen wie von Gebäuden von kommunalen Eigentümern. Und das war jetzt auch die Ziel der Anfrage. Es können aber genauso andere Eigentümer sein. Es können auch private Eigentümer sein. Also die Kommune selber irgendwie ist ja erstmal sehr vielgestaltig. Also die Stadt selber kann natürlich Gebäude besitzen. Es können auch kommunale Unternehmen sein, Kommunalgesellschaften oder so. Aber es gibt durchaus auch private Eigentümer, die sich für Zwischennutzungen interessieren. Sei es, weil sie in der Zeit auch gar nicht wissen, was sie mit ihrem Gebäude sonst machen sollten. Sei es, und ich meine, was kommen jetzt nicht so, aber es ist so, dass sie Zwischennutzungen auch als ein Vermarktungsinstrument sehen, um ihr Gebäude auch erstmal ins Gespräch zu bringen. Was kann die Kommune da tun? Die Kommune kann also vermitteln und die Moderation für die Zwischennutzung übernehmen und sie kann diese Nutzung noch unterstützen. Indem zum Beispiel, was ich so Standortnutzungsvereinbarungen schon mal formuliert, oder für Leistungen der Nutzer eintritt. Ganz oft hat man nämlich bei Zwischennutzungen das Problem von irgendwelchen Haftungen, von Verkehrssicherungen und so. Und da gibt es doch einige Beispiele, also gerade aus Berlin kenne ich das, wo die Kommune sich bereit erklärt hat, praktisch in die Pflicht der Nutzer bei Haftungsfragen einzutreten. Das ist alles möglich und leichter einfach die Nutzung von solchen sonstigen Räumen. Das Beispiele hier unten so einer sehr prominenten Zwischennutzung des Hauses Lerbers am Alexanderplatz in Berlin. Wir haben eine städtische Wohnungsbaugesellschaft gehört, mittlerweile ist es privatisiert. Und vor der Privatisierung gab es immer praktisch so eine Art Restnutzungszeit, wo das Gebäude eben vermietet worden ist an ganz viele kreative, so kleine Startups und auch ein Computergrip, der dann diese Lichtinstallation genannt hat. Mal kurz zurück, um das Beispiel zu erläutern, das vielleicht bekannt, das E-Werk in Weimar eben als Aufschlungsort, wo getragen durch ein Verein bei uns auch ganz, wo karriertige Institutionen nicht beteiligt sind, wie das deutsche Nationaltheater. weiterer interessanter Punkt ist, was wir mal Piromiernutzung genannt haben, deswegen wird die Erschließung von bisher ungenutzten Räumen, die eigentlich überhaupt kein Marktwerk haben, da kommt man also gar nicht in Konflikt irgendwie mit anderen Interessenten, da gibt es keinen Kreis dafür, also keinen Marktkreis, der Fehler gibt, sondern auch zum Beispiel Unterführungen, also Fußballunterführungen oder auch Unterführungen, die eigentlich nicht mehr genutzt sind, die nicht mehr nötig sind. Und solche Strukturen gibt es immer wieder mal in den Städten. Unten habe ich ein Beispiel aus Wien, das ist also wirklich entstanden auf einem Verkehrskreis, der genutzt war, wo es eine sinnlose Auflösung und Unterführung gab und wo man einfach einen Club reingemacht hat. Und ja, der konnte da entstehen, ohne eigentlich mit irgendeinem anderen Konkurrenten da ins Gehege zu kommen. Man muss natürlich baulich investieren, weil in der Unterführung allein kann man noch nichts machen, natürlich. Baulichlich ist oft ein bisschen schwierig, wie man das legalisiert, oft ist das nur als eine Zwischenlösung denkbar, so ist es auch in Wien. Also das ist ein bisschen eine prekihre Situation, die sitzen aber schon einige Jahre und wenn es vielleicht kommt, dann schaffen sich auch dauerhaft praktisch einen baulichlichen Status zu sichern. Weitere Möglichkeit ist eine Mehrfachnutzung, Mehrfachnutzung nenne ich etwas, wo verschiedene ähnliche Arte Nutzer sich ein gemeinsamer und eine gemeinsame Infrastruktur teilen. Promilliertes Beispiele habe ich eben unten nochmal dargestellt, so ein Coworking-Space, also eben ein Raum, der meistens vom zentralen Akteur vermietet wird, auch einheitlich gemanagt wird und der das tageweise, manchmal stundenweise, wochenweise an verschiedenste Einzelpersonen, Gruppen vermietet. Das ist unglaublich flexibel. Man kann es wirklich für den Nachmittag einmieten, man kann sich für drei Wochen einmieten, hat einen Arbeitsplatz, hat die Möglichkeit gemeinsame Besprechungsräume zu nutzen und hat die ganze Infrastruktur, die man in dem Bereich braucht, ohne dass man sich ein eigenes Büro wirklich leisten muss. Man mietet auch wirklich nur dann, wenn man vor Ort ist. Also gerade, wenn man als Betorschacher vielleicht viel unterlegt ist oder so, vielleicht auch mal die Stadt wechselt oder so, das kennen Sie nicht da selber ein Büro zu bieten, denn so ist eigentlich eine sehr gute Möglichkeit. Und ein ganz wichtiger Aspekt in diesen Co-Working-Spaces ist eben auch der Kontakt mit anderen Natüren, der andauernd da ist. Also das ist eigentlich der wichtigste Punkt, warum Leute an solche Co-Working-Spaces gehen, weil sie eben immer mit Gleichgesinnung zu tun haben, mit denen gemeinsamen Projekte entsetzen, also mit sie den können. Das andere habe ich mal genannt, Wechselnutzung. Das sind Rollen, die im Grunde einen Hauptnutzer haben, der diesen Raum vor sich belegt, wo er immer noch so Restzeiten bleiben und ein Nebennutzer eigentlich rein kann. Also ein ganz, das ist nichts exotisches, das wird eigentlich irgendwie oft schon täglich gemacht. Ganz ein alltägliches Beispiel ist eine Musikschule, die irgendwie im Nachbetrag in den Räumen an der Grundschule Unterricht erteilt oder die Volkshochschule, die ja auch das große in den Schulräumen erhält. Und ich denke mal, das ist das Prinzip, was sich durchaus ausreichend ist. Es gibt ganz viele Räume, auch in Jena, die zu vielen bestimmten Zeiten und manche Leute sogar zu attraktiven Zeiten, nicht oder nur sehr wenig benutzt sind. Der Vorteil ist eben, man hat diesen Hauptnutzer, der hat die Immobilie sowieso, der hat die Infrastruktur sowieso, kümmert sich da drum und muss einfach eine Nutzungsvereinbarung gestalten mit dem Nebennutzer. Und auch hier ist es wieder möglich, dass die Kommune eigentlich in den Pflichten dieses Nebennutzers, was es da irgendwie wiederumachtungsfragen geht, oder so, eintritt. In Jena ist zum Beispiel die Uni besonders interessant. Ich habe noch ein paar Potenziale von Hauptnutzern zusammengestellt, die der Frage kommen könnte. Also jener, die Universität ganz wichtig hat, unglaublich viele Räume, die am Abend größtenteils leerstehen, die in den Semesterferien größtenteils leerstehen, wo im Grunde was getan werden kann. Schulen, klar, Kirchen, das ist auch irgendwie unabhängiges Potenzial. Beiderseits, also auch die Kirche irgendwie kommt jetzt erst drauf, dass es in ihren Räumen wirklich auch was anfangen könnte, auch um näher an die Menschen zu kommen. Es gibt das Konzept der sogenannten City-Kirchen, die so Aktivitäts- und Aktionskirchen sind. Also wenn man mit denen mal ins Gespräch kommt, irgendwie merkt man plötzlich, okay, da könnte eigentlich ganz viel zusammenpassen. Auch Jena-Kultur, als Kulturbetreiber hat relativ viele Räume, wie ich das weiß, die vielleicht auch nicht irgendwie mal komplett ausgelastet sind. Also vielleicht gibt es da bei vielen Nutzern in Jena noch Restzeiten, die sich Tamputer auch regelmäßig im Tunis nutzen ließen. Ein paar Beispiele vielleicht dazu geben, Horst des Lehrers, habe ich Ihnen gerade schon erklärt. In Wien, dieser Club, der ist nicht einfach so entstanden, sondern das finde ich sehr interessant. Da gibt es innerhalb der Stadtverwaltung eine Stelle, die sich genau um sowas kümmert, zum Beispiel von 1998. Das ist die Einfach-Mehrfach-Stelle, die ist extra dafür gegründet worden. Es sind zwei Personen, also Frauen, die das für ganz Wien machen und eben so Zwischen- und Mehrfach-Nutzungen organisieren und auch eine ganz wichtige Funktion haben, eigentlich so im Netzwerk der ganzen Kulturschaffenden. Also die sind im Grunde die, die angesprochen werden, von Leuten aus dem Kulturbereich und die dann durch die Verwaltung buxieren können. Das denke ich in der Hauptaufgabe. Also die haben das Netzwerk nach draußen, also sitzen in der Verwaltung und haben das Netzwerk nach draußen und sind einfach die Ansprechpartner und können da praktisch Anliegen kanalisieren. Und die haben eben in diesem Bereich so Umnutzung, Nachnutzung, Zwischennutzung und so weiter einige interessante Punkte angestoßen, also eben so ein Club auf der Verkehrsinsel, die Jugendzentren in dem ehemaligen Heizungskeller, so die Wechselnutzung von Schulsportflächen und so. Es sind so mehrere Projekte, wo Flächen noch besser ausgenutzt wurden und gerade auch eben von der kulturellen und soziokulturellen Nutzung. Ich habe hier extra ausgedeckt, weil hier ist eine unglaublich dicht bebaute und immer noch wachsende Stadt. Also alle Beispiele sind eben aus wachsenden Städten. Man sieht dieses Thema so Zwischennutzung, Umnutzung, Mehrnutzung und so ist nicht ein Thema, was jetzt nur in den Stumpf in den Regionen stattfindet und in den Regionen mit sehr viel Leerstand. Das ist eben gerade auch ein Thema eigentlich der wachsenden Städte. Und also Hamburg, Hamburgs jedenfalls eine wachsende Stadt, aber auch da gibt es eine sehr interessante Initiative den Lehrstandsmelder, der 2010 dort gestartet ist und jetzt mittlerweile schon deutschlandweit aktiv ist. Das ist einfach eine Plattform im Internet, wo man Lehrstände lieber bemerkt im Stadtraum. Da muss man jetzt gar nicht Eigentümer sein oder irgendetwas melden kann und dann können praktisch andere Leute sich dafür interessieren, das will ich mal ansehen irgendwie, können vielleicht auf Eigentümer zugehen. Das ist total simpel, also es gibt jetzt keine Vermittlung oder so, das ist nicht die Aufgabe des Lehrstandsmelder, sonst ruhig, eine große Webseite oder der Eintrag irgendwie, Mensch, in der in der Straße steht seit drei Monaten schon eine Videothek hier. Vielleicht gibt es irgendjemand, der von einem halben Jahr einziehen kann und da kein Projekt noch ziehen kann. Es ist auch in der wachsenen Stadt Hamburg ein großes Thema. Zuletzt habe ich gesehen, 727 Einträge sind da auch noch einige andere Städte in Deutschland. Jena gab noch gar keine Einträge, also keiner aus Jena hat sich bisher für diesen Lehrstandsverhältnissen offensichtlich interessiert, obwohl es vielleicht ein interessantes Instrument wäre, um auf Räume zu kommen. Beispiel aus Jena, jetzt aber, Kombination, das ist, denke ich, auch dem meisten bekannt, das ist so ein Beispiel eines Co-Working-Spaces 2012, das dieses Jahr ist geöffnet, getragen durch einen Verein, das ist eine Tiefwirtschaft und Lokalpolitik und ganz interessant auch in der Kombination mit einer Beratung für Gründer und einem Netzwerk zusammen mit Wirtschaft und Hochschulen. Also interessantes Projekt ist auch nicht der einzige Co-Working-Space, das gibt, glaube ich, zwei oder drei Melissen schon in Jena. Beispiel aus München, bekanntermaßen auch keine Stadt mit großen Herständen, wo es aber noch immer wieder so eben durch durch, sagen wir mal, Lützungsbehinderungen Flächen gab. Zum Beispiel Kasernen war ein ganz großes Thema in München in den letzten 20 Jahren, eigentlich, um den 90er Jahren und das ist ein Beispiel eben eines Kaserngeländis in Münchener Norden, wo den Zahlen nach tatsächlich die größte Künstlerkalonie Europas entstanden ist an einem Fleck, also 250 Künstler haben da in den 20er Jahren auf einem Fleck gearbeitet und gewertet. Und haben das als Zwischenversorgung nicht erst mit zum Betrieben, denn es war klar, irgendwann passiert mit der Fläche etwas anderes. Die meisten Hallen sind mittlerweile auch abgerissen, dann steht jetzt was Neues, die Stadt hat aber immerhin sich durchgehen können, zwei Gebäude zu verhalten und die weiteren GmbH, die da extra gekauft worden ist, zu vermieten an den Kunsthagen. Gut, was kann denn den Bereich jetzt also Gehner tun? Was kann denn die Stadt tun? Die Stadt hat ja eigentlich immer verschiedene Rollen, die kann ganz verschieden agieren. Als Eigentümer ist ja natürlich am besten Hebel. Also das war ja auch ein Teil der Anfrage, die du schon benannt hast. Als Eigentümer kann sie praktisch vermieten, sie kann Mietennutzungen in der Wirklichkeit in Zwischennutzung, Wechselnutzung usw. Die Stadt kann auch fördern, sie kann Zuschlüsse geben und damit zum Beispiel eben die teurer werdenden Mieten ein bisschen auffangen für die Kulturschaffenden kann man sich überstreiten, ob das im sinnvollsten angelegte Geld ist oder nicht, aber die Möglichkeit besteht natürlich. Die Stadt handelt auch als Behörde, also einfach hoheitlich. Da muss ich sagen, da wäre relativ wenig Möglichkeiten, wie eine Stadt da tätig werden kann, denn sie können sich eigentlich überzwingen, um die Kulturschaffende unterzubringen. Das ist eigentlich nicht möglich. Man könnte allerdings, was ich bei bestimmten Breckenstecken baulich Verträge erschließen, also das wäre ein weites Feld darauf anzugehen. Ich denke, die wichtigsten Rollen, die die Stadt einnehmen kann, sind die beiden Letzten. Die Stadt kann irgendwie da modellieren und Informationen und Vermittlung leisten, also das ist genau das, was zum Beispiel diese Einfach-Mehrfach-Stelle in Wien unternommen hat. Die Stadt kann natürlich solche Nutzungen dann unterstützen, indem sie zum Beispiel eben eintritt in die Pflichten von einzelnen Nutzern und sagen, okay, wir nehmen die Verkehrssicherungspflicht, also wir entlasten einen Einführer in die Verkehrssicherungspflicht nehmen, wir kommen auf, wenn irgendwie was passiert und wir sagen, das darf schon raus oder so. Wichtig ist natürlich, dass es stets im Dialog mit verschiedenen Akteuren passiert und immer mit Rücksicht auf diesen spezifischen räumlichen Bedarf. Also es macht eben wenig Sinn, um die jetzt irgendwo in der Stadt irgendwie ein Riesenzentrum zu haben, wenn er nicht auf die Bedürfnisse der einzelnen Nutzer, die ich vorher versucht habe, auch zur Zeilung eingeht. Aber auf die Kulturwirtschaftung können selber natürlich was tun. Wichtig ist auf jeden Fall eine starke Verletzung, ein gemeinsames Auftreten, das ist irgendwie durch den Arbeitskreis oder Arbeitsgemeinschaft irgendwie zum großen Teil auch schon massiert. Steckt jetzt zu wenig drin, weil das irgendwie noch stärker informisiert oder stärker in die Öffentlichkeit gebracht werden kann. Wichtig ist, denke ich, dass man darüber die Relevanz von Kulturwirtschaft deutlich macht. Also eben nicht nur argumentiert, Mensch, Kultur ist doch irgendwie schön und toll, sondern auch mal praktisch darauf eingenähe, es ist auch wirklich ein ganz großer Standortfaktor und gerade eben von der Stadt wie Jena, die einfach um so ein Pferd hier bis zum Beispiel ganz wichtig ist. Also ich denke mal, das Argument kann man durchaus hier nehmen. Das Zähne könnte sich auch praktisch von sich aus mehr in bestimmten Bereichen engagieren, also eben der Herstandsmelder, die Ehe, bei so einer Möglichkeit, dass man sagt, okay, war das jetzt für Jena eben auch oft, was da daraus kommt und ich würde dafür klädieren, dass man vielleicht auch mehr noch an ungewöhnliche Optionen denkt, eben so Wechselnutzungen mit bestimmten Hauptnutzern und überhaupt auch neue Partner anspricht. Also sei es jetzt, ich bin wahrscheinlich persönlich gekommen, das sei es jetzt in Griechirchen oder irgendwie noch mal irgendwie ganz anders auf die Uni zugehen oder so oder kennen Sie wahrscheinlich Ihre Stadt am besten, wer da vielleicht in Freiburg konkurrent wird. Okay, das war jetzt ein ziemlicher Rück durch verschiedene Themen. Ich hoffe, das war auch nicht so abstrakt, sondern ist durch die verschiedenen Beispiele irgendwie klar geworden. Ich freue mich, dass wir die Frage des Grüßes machen. Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt die Gelegenheit geben, für so eine zehnminütige Rückfragerunde, wenn man sich bestimmt das Detail auch mal genauer erläutern lassen möchte oder ist auch nicht bestanden. Ich habe Verständnisfrage oder einfach nochmal die Bitte, das nochmal genauer auszuführen, wenn die Stadt jetzt als Behörde wie in der letzten Köln-Kolge auftritt, was meint du in den städtebaulichen Verträgen mit irgendwelchen anderen privaten Vermietern und man nutzt es dann also was ist damit? Also städtebauliche Verträge ist eben so ein baulichliches Instrument, das kommt normalerweise dann zum Einsatz, wenn irgendwo was neu gebaut wird oder ein größeres Vorhaben ist und wenn das ein großer Investor ist, dann kann man normalerweise mit dem Einstädterbaulichen Vertrag schließen. Das ist ein bisschen das Stil irgendwie du kriegst das Baurecht und ich als Stadt kriege noch ein bisschen was anderes dafür. Also jetzt ein Beispiel, ohne dass ich das gewöhnlich toll finde, aber das illustriertes, ist in Berlin oft, dass da ein Einkaufszentrum gebaut wird und im Einkaufszentrum sind dann gleichzeitig die Stadtbibliothek oder so. Also auf dem Stil läuft das dann. Das ist aber eben ein Instrument, was wirklich für große neue Entwicklungen am geeignetsten ist. Können wir uns überlegen, ob man das hier anbietet, wenn wieder irgendwie was Großes ansteht und ob man sich praktisch diesen Deal anlässt mit Einkaufszentrum-Entwicklern oder so. Können auch andere große Entwickler sein, aber das ist so eine die Möglichkeit haben. Gut, wir gehen noch ein weiterer Brücken, wie wir dann auch noch Diskussionsrunde haben und auch mehr auch bewerten kann und wickeln kann. Da hole ich jetzt Friedrich Muthes in die Kuppel. Ja, ich möchte mich auch kurz vorstellen, wir haben jetzt Friedrich Muthes, ich komme aus Leipzig und bin Mitgründer von Haushalten e.V. Wir haben uns 2004 als ehrenamtlich arbeitender Verein gegründet, aber das ist Ehrenamt, Freizeit quasi, im eigentlichen Leben habe ich auch unter Tegu Berlin Stadt und Regionalplanung studiert und betreibe in Leipzig ein Planungsbüro. Und wir haben diese jetzt gut, jetzt habe ich mal schauen, die weiter klickern, möchte ganz kurz sagen, von was ich berichten will, weil die Frage steht natürlich, Leipzig war es nicht die Stadt mit diesem riesengroßen Leerstand, 60.000 leere Wohnungen hatten wir mal nach wie vor, es war mal Boomtown und dann auf einmal dieses Loch, aber Leipzig wächst auch, vielleicht nicht ganz so wie Jena, aber bezogen auf die Einwohner sind wir die am schnellsten wachsende Stadt in Deutschland im Moment nach München, das glaubt man nicht, aber wir haben allein im letzten Jahr 10.000 neue Einwohner gewonnen, das heißt, wir haben eine Gleichzeitigkeit in Leipzig von Leerstand und aber auch schon gewissen Tendenzen, dass es eine Auffüllung gibt, die ähnlich vielleicht ist wie hier in Jena, insofern kennen wir die Probleme auch und wir haben eigentlich Antworten gesucht für das Thema der Zwischennutzung aus dieser prekären Situation des Leerstands heraus und vor allen Dingen dem Verlust der Tote von Denkmalbausubstanz und deswegen haben wir 2004 nach einer Idee, die aus eigentlich noch Planung heraus entstanden ist, die wir als Büro auch betreut haben, nämlich wie kann man der stehende und vom Abriss betrachte Gebäude retten, das Modell des Rechthausentwickes und haben dann gesagt, Papier ist Geduld, ich lasse uns doch einfach mal ausprobieren ist, wenn das rausgekommen ist, jetzt, dass wir mittlerweile schon fast zehn Jahre in dem Verein arbeiten, wenn wir uns gewusst hätten, dass der Kran hintermacht vielleicht nicht gemacht habe, ich glaube es ist ein schönes Ergebnis gekommen. Wir haben aber weitere Modelle, Wächterleben, wir beraten sehr viele Hausgruppen, die mittlerweile sich bilden und sagen, wir wollen Gebäude auch erwehren und dauerhaft auch günstige Möglichkeiten haben, unsere verschiedenen Lebensmodelle zu entwickeln und wir haben auch, es dauerhaft gefogen, und das ist vielleicht auch eine Antwort für viele Dinge, die hier auch hier stehen, das Modell des Ausbauhauses entwickelt und sind auch gerade dabei, neue Modelle zu entwickeln, unter anderem geht es da auch um ATG-Häuser und um Bandprobenräume. Wie gesagt, die Situation im Weltkrieg war dramatisch und wir hatten diesen Wehrstand konzentriert an Hauptverkehrsstraßen, also im Prinzip an der Stelle, was das Bild der Stadt ausmacht, man kommt rein und hat die Situation, dass die Häuser zusammengebrochen sind. Wir hatten eine Zeit, Mitte der 2000er Jahre, da ist fast wöchentlich ein Haus abgefackelt, weil es einfach voll unmittelbar Jugendliche und gar nicht böse in den Mann reingegangen sind gespielt und dann teilweise angezündet. Es gab auch spekulative Geschichten, aber auf jeden Fall drohte wirklich das Bild der Stadt von rumzugehen an vielen Stellen und auch sehr negativ sich auch auf die Umgebung auszuwirken und das wollten wir uns, die Gruppe, die sich damals gegründet hat, einfach, ja, das konnten wir uns nicht mehr anschauen und wir haben gesagt, irgendwie müssen wir dazu eine Anfrage finden und gleichzeitig haben wir dieselbe Situation gespürt, die Sie ja hier auch haben, nämlich dass es eine sehr, sehr große Nachfrage nach unkonventionellen Räumen gibt, die einfach auch zu nutzen sind und das Absurde in der Situation war. Es gab viel Leerstand und gleichzeitig konnte man aber in diese Räume nicht rein. Und dann haben wir gesagt, da müssen wir eine Antwort finden und möglichst auch ein Modell finden, wie das funktionieren kann. Und das ist damals begonnen mit dem Modell Wächterhaus. Wir sehen hier einige, wir haben am Ende mittlerweile 17 Häuser in Leipzig auf die Art und Weise wieder revitalisiert. Man sieht es in hauptsächlich gründerzeitlichen Gebäuden in städtebäumig prägnanten Lagen. Und wir haben uns dort auch sehr, sehr eng und das ist auch schon eine Antwort, weshalb bestimmte Dinge funktioniert haben, immer in einer sehr engen Kooperation mit der Stadtverwaltung gefunden, weil ich glaube, diese Vertrauensbasis zwischen Stadt und Verein und auch den Nutzern ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Es brauchen eine gewisse bauliche Eignung, es können zwar unsanlierte leerstellige Gebäude sein, die müssen aber in irgendeiner Art und Weise noch nutzbar sein oder in so einen Zustand versetzt werden, Grundinvestitionen müssen dort gemacht werden. Und das ist jetzt das Modell, nach dem wir arbeiten. Wir haben auf der einen Seite Eigentümer, oft eben auch verzweifelte Eigentümer, die nicht mehr wissen, was sie mit dem Eigentum machen sollen, ganz eigene Interessen und Probleme haben, die man auch ernst nehmen muss und auf der anderen Seite eine Nutzerschaft, die sehr, sehr, sehr bunt gemischt ist und die beiden kommen nicht zusammen. Die sprechen unterschiedliche Sprachen, die haben unterschiedliche Interessen und das werden Sie vielleicht auch selber die Erfahrung gemacht haben, man sitzt zusammen und merkt irgendwie, nehmen kann ich nicht. Und oft auch aus Eigentümersicht, wir haben ja die Situation sicherlich auch hier in Jena, dass viele, viele Gebäude von Eigentümern besessen werden, die teilweise noch nicht mal groß da waren, ein, zwei Mal als das Haus in den 90er Jahren für viel zu viel Geld gekauft haben und dann einfach den Mut verloren haben, weil sie teilweise auch mächtig Verlust mit den Gebäuden gemacht haben oder absolut unklare Eigentumsstrukturen, verstrittene Ehrengemeinschaften und wenn man selber mit seinem Haus nicht klarkommt, vielleicht nicht genug Geld hat und dann auch noch mal etwas erstmal auf den ersten Blick für den Eigentümer aus den Augen des Eigentümers chaotische Nutzerschaft, die als Gruppe, die noch nicht richtig organisiert ist, kommt, das passt nicht zusammen. Deswegen haben wir gesagt, wir brauchen diesen Übersetzer, denjenigen, der dazwischen steht, die Verhandlungen führt und irgendwo Vertrauenspersonen für beide Seiten ist und dort haben wir den Verein gegründet und mit den Aufgaben einer Akquise, einer Vertragsvereinigung, Nutzerakquise dann auch und Betreuung bis hin zu einer Hausverwaltung, die auch anders läuft als eine normale Verwaltung und natürlich auch das Ganze weiter zu empfinden. Das Ganze funktioniert so, jetzt müssen wir schauen, gibt es hier, obwohl, es gibt zwei Vereinbarungen, einmal, der Eigentümer übergibt dem Verein Haushalten das Haus für fünf bis sieben Jahre, das kann man übersetzen auf jede Situation und der Verein Haushalten sucht Unternutzer und macht das wiederum in einem Vertrag zwischen Haushalten und den Nutzern. Das heißt, es gibt eigentlich keine direkte Vertragsbeziehung zwischen Eigentümer und Nutzer, sondern eben den Mittler, der quasi Puffer in jeglicher Hinsicht und Vermittler dort ist und es gibt dann natürlich auch eine Frage, wie wird das wirtschaftlich funktioniert, es gibt einerseits die Betriebskosten, die an den Eigentümer fließen und es gibt zur Etablierung und zur Sicherung dieser Struktur, die natürlich Haushalten auch braucht, wir haben zwei Mitarbeiter mittlerweile, dass eine Fördermitgliedschaft an den Vereinen, die nicht groß ist, gezahlt wird, um dieses Ganze am Leben zu halten. Also diese zwei Vertragsformen, um auch Rechtssicherung zu haben, wir haben mittlerweile zwölf Rechtsanwälte drüber arbeiten lassen, teilweise von uns, teilweise von den Eigentümern, das ist also auch rechtlich abgesichert. Für den Eigentümer ganz, ganz klar verfallt, verhindert und es sind keine Lehrstammskosten mehr. Der Deal ist, wir geben das Haus, wir bekommen das Haus vom Eigentümer kostenlos, aber wir übernehmen sämtliche Lehrstammskosten, die anfallen und in der Regel ist es auch so, dass über den Vertragszeitraum das Gebäude nicht nur erhalten wird, sondern auch im Wert steigt. Also eigentlich auch für den Eigentümer eine ziemlich gute Investition dort in diesem Vertrag einzusteigen. Für die Nutzer ist es so, dass es sehr günstige Nutzungskonditionen gibt. Wir haben als Haushalten auch noch eine Struktur aufgebaut mit Werkzeugverleih, mit baulicher Beratung und so weiter und so fort und man kann natürlich in dem Haus erstmal tun und machen, was man will, mit den Leuten zusammen leben, die eben in die Umgebung passen und dann eigene Nutzungsvorstellungen umsetzen. Wir haben ein ziemlich breites Netzwerk, was dann auch sich untereinander hilft. Mein paar Impressionen, das sind auch ganz breite Nutzungen, sowohl aus der Kreativwirtschaft, Neue Leben, Startups, Künstler, ATLIs, teilweise auch kombinierten Ton. Hier ein Beispiel, das war unser erstes Lechterhaus, was wir 2004 etabliert haben. Die Häuser haben mittlerweile, von dessen, dass es uns jetzt schon fast zehn Jahre gibt als Verein, auch einige die Zeit schon der Zwischennutzung überschritten. Und die große Frage ist ja, was wird dann? Weil es sind teilweise auch Gebäude, gerade dieses, der Bergenstraße 21 in Lindenau, die ersten Nutzer, die dort reingegangen sind, haben nach wenigen Monaten eine Etage das Haus wieder verlassen, weil sie gesagt haben, dass den Stadtteil dort halten wir es nicht aus, das ist uns nicht cool genug, der Stadtteil ist nicht angesagt genug. Mittlerweile hat sich Lindenau durch die Etablierung von vielen Galerien, die in dem Netzwerk sich dort aufgemacht haben, auch eine der ersten Galerien in Lindenau ist in dem Haus unten bei uns entstanden, ist mittlerweile Lindenau einer der am meisten angesagten Stadtteile geworden. Und dann ist natürlich die Frage, was heißt das? Kommen jetzt Fragen, die in Leipzig auch immer mehr diskutiert werden, die Gentrifizierung ins Spiel? Und dort versuchen wir auch über die Vertragslaufzeit ganz verschiedene Modelle hinzubekommen, um auch dauerhaft günstige Miete hinzubekommen. Hier zum Beispiel wurden die Mietverträge in ganz normale Mietverträge umgewandelt, mit auch einer günstigen dauerhaft abgesicherten Miete. Die natürlich aber höher ist als nichts. Also einmal die Übernahme von Gestattungsvereinbarungen, dass also der Gestattungsvertrag durch die Hausgemeinschaft übernommen wird, das ist eine Möglichkeit, normalen Mietverträge, Anschlussverträge oder auch, und das haben wir mittlerweile mehrfach, dass die Gebäude von den Nutzern gekauft werden. Wir haben also Leute, die haben zum Beispiel einen Laden, der verkauft indische Klamotten und auch Häuser steht für und was weiß ich nicht, als der wollte eigentlich nur einen Versandhandel machen. Und wir haben gesagt, wir haben hier einen schönen Laden, wir müssen nicht einen Laden aufmachen. Hat es getan, mittlerweile nach fünf, sechs Jahren will er nicht nur eine Filiale aufmachen, sondern hat das Haus jetzt gekauft. Also das sind schon sozusagen Karrieren auch, die Schütteln einfach mit anzuschauen. Wächterleben ist die Idee, wenn das ganze Haus nicht zur Verfügung steht, sondern man erst mal nur beginnen will, die Ladenflächen zu revitalisieren, dort also die Lebende Zwischennutzung zuzuführen, sowohl als normale Vermietung zu günstigen Konditionen, Übergangsweise als Zwischennutzung oder auch nur als Präsentationsfläche, um mit temporären Galerien in einer Straße, wo vorher alles zugeklebt war, um dann zumindest eine Verbesserung herzustellen. Beispiele auch wie in der Fundbüro in der Georg-Schwarz-Straße im Land die Westen. Beratung von Hausgruppen spielt eine ganz, ganz große Rolle in letzter Zeit. Wie gesagt, es gibt immer mehr individuelle Hauskonzepte, die dann unterstützt werden und Gruppen, die unterstützt werden bei der Suche nach geeigneten Objekten, Beratung zum Konzept und Beratung auch zu Trägerstrukturen. Und das ist ganz interessant, wie breit es mittlerweile aufgestellt ist. Es gibt die klassische Wohneigentümergemeinschaft, Genossenschaften, Stiftungen, Mietzäuse, Syndikat etc. Alles sicherlich Methoden auch um eine gewisse Wiederschwelligkeit auch dauerhaft hinzubekommen. Und wir bieten dazu auch verschiedene Infoveranstaltungen an. Hier ein Beispiel auch wieder Georg-Schwarz-Straße. Das sind auch ehemalige Nutzer in dem Wächterhaus, was jetzt an mir tut, mit einer hohen Miete hinterher. Die sind aber umgezogen und haben dann auch im Haus gekauft, im Mietkauf, was wir mit verhandelt haben. Modell-Ausbauhaus, das ist eigentlich die Weiterentwicklung des Wächterhausmodells, nämlich nicht auf Grundlage von Gestattungsvereinbarungen, die nach 5 oder 7 Jahren auslaufen, sondern auf Grundlage ganz normalen Mietverträgen nach normalem Mietrecht, zu günstigen Konditionen mit dem Deal, dass man quasi vermustelhürdig wie eine Ausbauwohnung diese ausbaut und den Anschub, der wird durch uns organisiert. Zum Verein nochmal, dass unser Vereinshäusen ein etwas untypisches Gebäude für Leipzig vorgründerzeitlich an der Hauptverkehrsstraße, man sieht, die Konditionen hat dort irgendwie nicht geschafft, die Bücke zu schließen, das ist das vorgründerzeitliche Haus, in dem wir auch dort noch übrig geblieben. Das ist unser Verein, das ist ein relativ kleiner Verein, hauptsächlich aus Aspekt und Planern, Bauingenieurinnen bestehen, auch Wissenschaftler und wir haben auch zwei Mitarbeiter, wie gesagt, die wir uns betreuen und die Nutzer sind nicht Teil des Vereins, sondern nur von Mitgliedern. Ja, was wollen wir? Abriss verhindern, neue Perspektiven entwickeln, ganz, ganz wichtig, Stadtteile gelegen, Also es hat sich gezeigt, dass diese neuen Häuser natürlich auch ein Nukleus sind für eine Gebietsentwicklung und eben auch die Entwicklung von neuen Modellen und diese eben nicht nur theoretisch entwickeln, sind auch umzusetzen. Und natürlich auch immer das Thema Eigenschimmerberatung. Wir haben sehr viele Dinge, die auch zur Arbeitsplatzschaffung Beispiele geben und natürlich auch Zusammenarbeit mit verschiedensten Trägern, die wir jetzt in letzter Zeit entwickelt haben. Wir haben laufend Leute aus ganz Europa da, die dann auch in den Häusern als Praktikanten und als Lehrlinge arbeiten und so weiter und so fort. Ja, Kooperationen, es gibt mittlerweile Rechtehäuser auch in Erfurt und Halle, Chemnitz, Griesen, Magdeburg. Man sieht hauptsächlich im Osten, aber das Interesse wird immer stärker auch in westlichen Städten, besonders in Städten mit Lehrstandsproblemen. Ja, und jetzt rechts sind es mittlerweile 17 Rechtehäuser, acht davon schon gelassen und wir haben, das ist das Spannende nach wie vor, in der Interessanten Datenbank anderthalb tausend Interessenten, das wundert uns, dass es nicht weniger wird, aber es ist ja auch sowieso und mittlerweile eben vor allem auch Schwerkrug in der Konzert weiterentwickeln, neustes Modell, Atelierhaus, hier geht es eben auch darum, Gebäude, die früher nicht so sehr in unserem Fokus gewesen wären, in Gebäude aus den 50er Jahren, ganz speziell für eine dauerhafte Nutzung als Atelierhaus unten im Kennersaal Brennprobenräume rein, da herzustellen, da dauerhaft günstige Mieten zu bekommen. Bildungs- und Kompetenzzentrum, das ist unser Häusen, dort finden, kann man auch jederzeit hinkommen, sich informieren und wir haben aktuell gerade, das ist ganz spannend, ein Ex-Rost-Forschungsvorhaben, das ist ein Forschungsvorhaben des Bundes, wo wir uns nochmal mit einer sozialverträglichen Immobilienentwicklung anhand von bestimmten Trägerstrukturen damit auseinandersetzen, was dort am besten funktionieren könnte. Ja, preis bekommen und für die Tätigkeit, so viel erstmals zu Wort. Ich will jetzt wieder die Runde freigeben, eine Nachfrage und für Stetsfragen und für mir Erklärungsbedarf zu einzelnen Punkten. Vielleicht eine kleine Nachfrage, inwieweit, was bekommt du für Feedback von der Stadt Leipzig zu Ihrem Antrag und wie das jetzt ist und wie das war, als sie begonnen haben. Also jetzt ist es wirklich so, dass wir eine ausgesprochen vertrauensvolle Zusammenarbeit haben und zwar von der Sachbearbeiter-Ebene bis zum Baubürgermeister. das ist sehr schön und das glaube ich ist auch in gewisser Weise ein Erfolgsgeheimnis. Also wir haben, ich muss sagen, wir haben gerade das Gespräch, wir haben eine gewisse Auffassung zur Stadtentwicklung, die sich in Teilen deckt mit dem, was die Stadt Leipzig tut, zu großen Teilen, aber wir haben auch unterschiedliche Auffassungen, die gehen jetzt aber nicht an die Öffentlichkeit und hauen drauf, sondern wir sagen, wir wollen eigentlich was tun und versuchen Modelle umzusetzen und da gibt es eine ganz gute Zusammenarbeit, weil die Stadt Leipzig auch sieht, dass sie mit diesem Modell ihre eigenen Ziele umsetzen kann. Also wenn bestimmte Stadtteile ganz bewusst entwickelt werden können, weil dort so ein neuer Ankerpunkt entsteht, wird es eigentlich auch für die Stadtentwicklung genutzt, sage ich jetzt mal. Das ist ein durchaus zweischneidiges Schwert, gerade vor dem Thema und Hintergrund der Debatte, die eben immer stärker wird um steigende Mieten, ist man nicht als Pionier in bestimmten Stadtteilen selber Treiber auch einer bestimmten Entwicklung, das kann man so und so diskutieren, aber da gibt es eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit, aber, jetzt komme ich zum Aber, spannend ist, dass die Zusammenarbeit mit den ganz konkreten Häusern immer mit Privaten gelaufen ist. Wir haben Jahre gebraucht, um mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft bisher ein einziges Objekt umzusetzen und wir sind jetzt gerade dabei, mit dem Liegenschaftsamt der Stadt Leipzig auch unser erstes Projekt zusammen zu machen. Das heißt, es gibt, es ist aber auch leicht verständlich, wenn man die vorrangigen Interessen, die Verwaltung zieht ja auch nicht in eine Richtung, wo es uns sehr unterschiedlich, da sind ganz verschiedene Interessen und die muss man auch ernst nehmen. Und das heißt, sehr, sehr schwierig mit der Kommune als Immobilieneigentümer und sehr gut mit der Kommune als Stadtinfektor. Grundsätzlich ja, da muss ich auch noch was sagen zur Rolle der Kommune, weil wir zwei ja gerade gesagt wurden, wo die Kommune helfen kann. Sie kann auch helfen, das hat aber ganz, ganz viel mit Vertrauen zu tun bei der ich sage mal, es gibt ja viele bauordnungsrechtliche Fragen, die zu klären sind. Und die kann man sehr streng auslegen, man kann aber auch zulassen, dass mal 300 Leute, was wir hatten, ganz konkret auf dem Gehweg sitzen, bei einer Veranstaltung, die als Abendveranstaltung mal angelegt war, auch bis in die frühen Morgenstunden geht. Das ist, wenn das eine Ausnahme ist und man weiß, dass man mit einem Partner zu tun hat, der da schon ein Auge drauf hat, dass es nicht überhand nimmt, das ist ein ganz, ganz diffiziles Spiel, weil das heißt, man kann das für große Dinge machen, dort steigen, aber wir hatten ja gerade gehört, wie hoch die Anforderungen auch an Veranstaltungsräumen gibt, da geht es sofort um Fluchtwege, da geht es sofort um irgendwelche Sicherheits- und bauordnungsrechtliche Fragen, da ist natürlich eine Kommune und das Bauordnungsamt, wie auch immer das hier heißt, natürlich auch in der Pflicht, auf gewisse Sicherheit hinzu achten, aber die Botschaft von meiner Seite an die Kommunen ist, habt Vertrauen und an diejenigen, die es tun, bitte versetzt euch auch immer in die Lage des Anderen, in demjenigen, der Genehmigung gegeben hat und auch in die Rolle des Eigentümers, also dieses Umswitchen im Kopf, was denkt der andere, warum tickt der andere, so ist ganz wichtig und das auch gerade bei großen Veranstaltungen so. Nach dem Nachhinein, diesbezüglich, denken Sie, dass man das auch ausbauen könnte, jetzt als Vermieter sozusagen ein Unternehmen damit einzubeziehen, das vielleicht irgendwo ein Leerstatt hat? Ein Unternehmen? Ein Unternehmen, was eine große Halle hat, weil es jetzt mitten in Jena, was ein Leerstatt hat, weil es mit Nürproduktion nicht mehr vorhanden ist. Also ich denke, es müssen sich halt Partner auf einer Augenhöhe finden, das setzt voraus, wenn ich, wenn ich jetzt, wir hatten gerade heute eine Kaufverhandlung, wo wir einen Eigentümer mit den Leipziger Verkehrsbetrieben zusammengebracht haben, jemanden, der ein Haus kaufen will, ein Projekt mit uns gemeinsam machen will, der hat das Haus deshalb gekriegt, weil wir dabei gewesen sind und die uns kannten und wenn der von denen kommt, wird es schon irgendwie gut gehen. Das heißt, ich denke, das geht, aber man muss immer irgendwie eine Gruppe haben, die vertrauenswürdig erscheint, das Ding aufzubauen. Das ist unsere Erfahrung. Frau Dr. Franz? Ich hätte gerne eine Frage zur Finanzierung. Und zwar, Sie hatten ja ganz deutlich gesagt, dass die Eigentümer meistens private, also die Lehrstandskosten nicht tragen wollen und dann sind, wenn sie jemanden bilden, der sich für das Gebäude interessiert. Und Sie übernehmen das dann auch die Vermittlung und so wie ich das verstanden habe. Das ist ja alles ganz interessant, aber die Gebäude, das hatten Sie auch gesagt, sind meistens in einem Isolatenzüchter. Also die kann man so erstmal nicht nutzen. Das heißt, um überhaupt, sag ich mal, die primitivsten Möglichkeiten zu schaffen, Wasser, Strom, Heizung, sag ich nur, muss irgendwas investiert werden. Denn das muss ja anliegen. Denn wenn da Büros sind und es soll was stattfinden, dann soll das ja nicht kalt sein, ohne Wasser, ohne Toiletten und so weiter. Also ich sag mal so, eine ganz minimale Anforderung muss garantiert sein. Und das kostet Geld. Das wissen wir auch aus eigener Erfahrung. Das kostet Geld. Weil wir haben ja vor vielen Jahren mal einen Zwischennutzung im Volksrat gehabt. Ich bin also von Jena-Kultur. Das hatten Sie ja vorhin schon ein paar Mal genannt. Und da waren die Anflusskosten der Medien nur, das war nur zwei Jahre leer gestanden, das Volksrat. Hat schon 100.000 Euro gekostet. Da frage ich mich, wo kommt das Geld her, was sie brauchen, um diese Gebäude in einen Zustand zu versetzen, dass man sie überhaupt, sag ich mal, nutzen kann. Und man nicht, sag ich mal, in einer Hochkunde arbeiten kann. Genau der wichtige Punkt, das ist die Frage, wie jeder Eigentümer ausstellt, logischerweise. Und deswegen hat sich bei uns herausgestellt, wir sitzen ganz, ganz lange zusammen, verhandeln ganz lange und gehen diese einzelnen Punkte durch, machen Hausbegehung. Deswegen sind bei uns im Verein so viele Bausachverständige, weil sich auch daraus so eine Erfahrung ergibt, was kostet ein Hausanschluss. Wir haben auch, dass es auch ein kommunaler Wasserbetrieb hat, Anschlusskosten für und unser kommunaler Bundesbaubetriebsbau ein ganz wichtiger Grund, weshalb wir nicht zusammengekommen sind, weil die als ersten Punkt, um Kosten zu sein, überall die Hausanschlüsse getrennt haben, die wieder in Betrieb zu nehmen sind, irre Kosten. Und das muss ich über eine gewisse Amortisationszeit auch rechnen. Das heißt, mittlerweile sind wir, auch weil sich die Situation ja in der Talinarfrage so hoch ist, dabei, dass auch Rechtehäuser nicht mehr nur die Nebenkosten bringen, sondern auch eine kleine Miete haben, weil sich gezeigt hat, dass bestimmte Dinge auch finanziert werden müssen. Das heißt, Anfangs-Mindestinvestitionen muss der Eigentümer auch tragen. Bei uns ist das ein Wasseranschluss und ein Elektro-Hauptanschluss pro Etage. Für die Weiterleitung in den Wohnungen zum Beispiel sind die Mieter zuständig. Manchmal bringen die Mieter auch den Ofen selber mit. Das wird ganz individuell verhandelt und man muss dann einfach auch schauen, dass man diese Anfangsinvestition über die Gesamtlaufzeit, dass das dann den schwarzen Null gibt. Am Ende ist es aber so, das kann ich Ihnen sagen, hat der Eigentümer in allen Fällen Gewinn gemacht. Durch die Steigerung des Wertes des Hauses, dass kein Vandalismus mehr passiert ist, aber auch ganz nüchtern betrachtet, gucken wir auf die schwarze Null. Aber mehr kommt in der Regel nicht raus. Hallo? Am Ende kam es ja ein bisschen rüber, die gesamte Initiative, die Bewegung kam aus der Lage heraus, dass es Leerstand gab und dass er auch nicht nutzt werden konnte. Aber inwiefern ist das denn übertragbar aufwachsende Städte? Möchtlich jener oder eine Leid sich wieder wächst? Ja, ja. Werden Sie das Opfer des Erfolges? Ja und nein. Also Opfer des Erfolges, wir haben am Anfang gesagt, wenn es uns nicht mehr geben muss, ist es toll. Wir haben jetzt vor 14 Tagen gerade Klausur gehabt und genau über diese Frage gesprochen. Leibniz wächst wieder, die meisten Gebäude sind gesichert, braucht es uns eigentlich noch oder können wir uns nicht auflösen? Wir haben aber gesagt, dass wir mit diesen Modellen, die wir entwickelt haben, eigentlich auch eine Infrastruktur und eine Erfahrung gesammelt haben und Vertrauen aufgebaut haben, dass wir jetzt solche Projekte wie das Atelierhaus angehen, wo wir sagen, die Ziele sind heute andere. Die Ziele sind ungefähr die ähnliche, die Sie hier haben, nämlich Räume aufzuschließen und wir kommen weg vom Hauserhaltungs- zum Raumgeberverein. Und ich glaube, diese Wandel machen wir gerade, die ist nicht ganz unumstritten, weil manche sind in den Verein eingetreten und haben gesagt, wir wollen die Kontozeitbausubstanz halten, das andere interessiert uns jetzt nicht so stark. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen schermschnittartig, aber das ist genau so. Es wandelt sich gerade absolut. Also insofern denke ich, das soll jetzt auch nicht, das haben wir auch immer gesagt, es geht nicht darum, hier zu sagen, das ist eine Eins-zu-eins-Lösung, die für hier richtig ist. Es muss immer wieder übersetzt werden. Ich glaube aber, dass man mit diesen Modellen, auch die Verträge, die wir ausgearbeitet haben, die wir auch gern zur Verfügung stellen in der Kooperation, rechtssichere Instrumente geschaffen hat, die für andere Situationen, wenn zum Beispiel ein kommunaler, was weiß ich, Betrieb ein leerstehendes Industriegebäude jetzt gibt, kann man auf diese rechtlichen Grundlagen zurückgreifen, die funktionieren in der und der Situation. Gut, vielen Dank. Ich wünsche die Pause, wo Sie es keiner mehr wählen, um den nächsten Punkt zu geben. Das war jetzt die Instanzanregung. Wir haben einen Beirat eingeladen, wir haben einen Beirat eingeladen, den es jetzt seit diesem Jahr gibt. Und wo sich auch dahinter ja einerseits die Geburtskultur steht, hier als Frechert, der war bei einem, jetzt zu der anderen Seite auch Regierer, die drin sitzen, das soll ja auch ein Podervationsgremium auch sein. Und da haben wir eingeladen und der Pantale, also das Geburt. Ja, schönen Abend. Wir bedanken uns natürlich auch rechtzeitig für die Einladung und möchten vor allem noch mal die Gelegenheit nutzen, den noch jungen Beirat der Soziokultur noch mal kurz vorzustellen. Ja, und das werde ich jetzt mal kurz erläutern. Also der Beirat zur Soziokultur versteht sich als ein fachliches Organ zur Unterstützung des Kultur- und Hilfeausschusses. Herr Diener ist Ansprechpartner für die verschiedenen Akteure im Bereich der Soziokultur und agiert als Mittler zwischen der freien Kunstszene, der Politik und der Verwaltung. Und auf Grundlage seines basisorientierenden Expertenwissens verfolgt der Beirat das Ziel, das soziokulturelle Angebot ganz jenes zu vernetzen, Synergie zu nutzen und auf lokalitativem Niveau zu sichern. So, und Stefan, jetzt weiter. Ja, ich sehe nur, der Baum entfernt. Ist das noch da? Gibt es? Versteht man es noch? Sind wir ein bisschen gekommen? Ja, Jena's Home-Problem fast schon ein Dauerbrenner-Thema eigentlich. Und ist ja in letzter Zeit schon oft und breit diskutiert worden. Deswegen ist es schwierig, natürlich mit Worten gehört zu finden, die einfach schon ziemlich oft gesagt worden sind. Trotzdem möchten wir an der Stelle die Gelegenheit nutzen, um auf eine Grund, oder einige grundlegende Probleme, Lösungsansätze und ja, und auch auf einige Herstände aufmerksam zu machen. Aber zunächst erstmal zwei positive Fakten. Jena's jung und Jena's schön. Jena's vor allem durch die Vielzahl der Studenten, die Tagsüber das Stadtbett prägen, was man vor allem in den Semesterfernen deutlich spürbar wahrnimmt. Es ist aber auch jung, weil viele Kinder hier geboren werden und es sind Kinder, deren Eltern sich in den 90er und 90er Jahren dazu entschieden haben, in der Stadt zu bleiben, Existenzen aufzubauen, Familien zu gründen. Und das liegt natürlich zu einem Großteil an der vergleichsweise positiven wirtschaftlichen Lage der Stadt. Aber das liegt sicherlich auch an den weichen und harten Standortfaktoren und sind weiche Faktoren Thema Bildung, Freizeit, kulturelles Leben. Ja, und viele der eingangs jetzt erwähnten Kinder sind mittlerweile jetzt Jugendlichen herangewachsen und diese sind nach dem Geburtenkrieg der Wendezeit jetzt deutlich spürbar nach angebotenen Raum und darauf eingehende Initiativen wie beispielsweise Finde der Szene des Casablanca oder die Volksküche des Inselzplatzes gegen diese heranwachsenden Szene im Zentrum zwar eine gewisse Anlaufstelle, aber das deckt noch lange nicht den eigentlichen Dampf. Unsere Einschätzung nach fehlt es nach unabhängigen und vor allem integrierenden und selbstorganisierten Räumen, in denen diese jungen Bewohner der Stadt ihr Potenzial ausprobieren, entfalten, soziale Kompetenzen weiterentwickeln und sich untereinander vernetzen können. Jugendliche in diesem Alter befinden sich in einem Übergangsstadium und sie gehen heraus aus ihrem betreuten Umfeld, Familie, Schule, Jugend Einrichtung, befreien sich, emanzipieren sich und betreten auch neue Orte. Hier bedarf es zukünftig und wir schon in der aktuellen Kulturkonzeption der Stadt Jena gefordert, ich zitiere mal, kreative Lösungen, die Schülern und jungen Erwachsenen Möglichkeiten geben, selbst mitgestalter von Kulturprozessen zu werden, Räume für das Ausleben der eigenen Kreativität in Wohngebieten welche Gruppenbildungen Identitäten damit soziales Zusammenleben ermöglichen, sind ebenso notwendig wie temporäre genutzte Orte, die für einzelne Projekte genutzt werden können. Ja, hierin sehen wir auch die Zukunft und da möchten wir auch gleich auf einen akuten Bedarf noch hinweisen, zum Beispiel in Lobedorost, dort sucht die Bewegungsküche nach wie vor ein adäquat, eine adäquate Herde. Wir können zum Beispiel das frei werdende Schottgymnasium Abhilfe leisten. Die Tanzgruppe Schnapphands sucht in Jena Nord händeringend schon nach einem zahlbaren Trainingsort und auch der Crossroads e.V. seit Jahren sucht seit Jahren schon eine entsprechende Hinterwerke für Skater und BNX-Fahrer. Die Liste ist noch lang und all diese Vereine agieren genau in dieser Altersstimme. So, also können wir festhalten, für die nachwechslende Generationen besteht auf jeden Fall ein erhöhter Raumbedarf. Ein, zwei Generationen darüber, die geht es schon wirklich besser. Jena ist im Vergleich zur anderen Universitätsstelle in dieser Kurse reich an einer breiten Kunst- und Kulturszene. Das weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte Kultur- Ränderfestellern, zahlreiche Kunstausstellungen und Aktionen, ein aber gardistisches Theater, sowie vierzeiten Studenten- und Musikklubs und mehrfach soziokulturelle Zentrenstellen, die es wunderbereit sind. Das Angebot ist zwar groß, aber unserer Meinung nach geht es an einer gewissen Bielefalt, was man sicher auch auf die allgemein zunüge der Ökonomisierung der Kulturlandschaft zurückzuführen kann. Viele soziokulturelle Einrichtungen sind aus wirtschaftlichen Gründen, vor allem bedingt durch Ruhe, Wien und Gebühren, schlichtweg dazu gezwungen, ein einseitiges und massenkooperatives Angebot zu offerieren. Förderkonstrukte seitens jener Kultur, seitens des Jugendhilfeausschusses, aber auch der sich gerade etablierende Form Soziokultur, sowie der lokale Aktionsplan können dieser Entwicklung zwar gegenbürgern, wichtig ist aber unter anderem auch der Verbleib von Grundstücken in kommunaler Hand, da hierdurch freie Räume eine mietpreissteigende Marktlogik entzogen werden können. Und zudem bieten Objekte ein kommunal Eigentum gegenüber Objekten im privaten Besitz langfristigen Planungsperspektiven. Zweiteres zeigt sich gerade beim Kunsthof, der verkehrt langfristige private Hand befindet und erweitert eine Etablierung durch den bevorstehenden Verkauf des Hauses gefährdet ist. Jedoch allein der Besitz von Objekten in kommunaler Hand bedeutet nicht automatisch ein günstigeren Wienpreis. Vollsanierung beispielsweise machen vorhandene Räume nicht nur schwer erschwindelig, sondern schränken auch deren Gestaltungsräume stark ein. Es bedarf Räume, die nicht auf das Ziel ausgerichtet sind, sondern auf den Prozess. Und diese verschiedene Rauchausfassungen, der muss begegnet werden und die müssen auch von beiden Seiten anerkannt werden. Ja, das ist richtig und unfernige Räume zur Forschung und Ausprobieren neuer Ansätze und zur Entfaltung von Ischekultur beziehungsweise den Leerstand, in dem ein Wächterhausprinzip funktioniert, die gibt es in jeder eigentlich fast gar nicht mehr. Es gibt nur noch wenige Objekte, die sich dafür eignen würden. Aber gerade derartigen Objekten sehen wir eigentlich die Zukunft der Generation und letztlich auch die Chancen für die Zwischennutzung. Oftmals wird ja behauptet, das Wesen der Soziokultur sei es, von einer abbruchreifen Oase zu anderen zu ziehen und das stimmt in gewisser Weise auch, weil in solchen Oasen natürlich unter besonderen Umständen auch besondere Entfaltungsmöglichkeiten herrschen. Und von daher ist das Konzept der Zwischennutzung nicht unbedingt nur als notdürftig oder als Übergangsweise anzusehen, sondern vielmehr als eine eigenständige Art der Angehensweise, der in unfertigen Räumen mit geringem Aufwand sozusagen unter besonderen Bedingungen auch Besonderes entstehen kann. Und so will ich werden aber langfristig und dauerhaft sozokulturelle Projekte entwickeln und verwirklicht. Letztlich auch sein Leben davon beschreiben, bietet nur ein fester Ort, das kann ruhig eine hohe Art oder eine Insel sein, eine unbedingte Arbeitsgrundlage. Hierbei geht es um die Gestaltung einer Lebenspraxis und Alltagskultur verbunden, in der Lebensdiere, kulturelle Praktiken und sozialräumische Gestaltung ein Acker begegnen. Ja, und in der Suche nach Objekten sehen wir eigentlich weniger das Problem, denn trotz akuter Raumknappheit in jener Schatz nicht immer wieder viele Initiativen und Vereine einen Raum zu finden, der auch eine bestimmte Raume hat, quasi ihren Raum. Zwar die Hilfe trotzdem notwendig und auch wie gesagt sehr nützlich, aber wie gesagt ein größerer Unterstützungsbedarf besteht hiermehr in dem zweiten und dritten Schritt. Gemeint ist damit die Unterstützung in der Kommunikation und Verhandlungsführung mit den Eigentümern, die Beratung und der Beistellung von Vertragsabschlüsse sowie die Entwicklung nachhaltiger Strukturen waren die wichtigste für das Zement. Ein positives Beispiel hierfür ist das große Glashaus, was anfangs noch von Abriss bedroht war, jetzt vielseitige Unterstützung erhalten werden, also nicht nur erhalten werden, sondern erlebt derzeit auch eine kulturelle Wiederbelebung durch beispielsweise Konzerte der Jazzmine, aber auch durch feste Familienrahmen. Und Jugend ist, vorhin wurde es schon erwähnt, der Ort auch noch um einen weiteren Raum ergänzt und das Zelt des Kinder Jugend zu zwungen. Ja, das ist ein sehr sehr gutes Beispiel, was die Unterstützung nach dem eigenen Finden und Suchen eines Objektes quasi nach dem ersten Schritt bewirken kann. Ja, eine weitere ebenfalls an der Saale-Forte-Institution ist der Strand 22, der durch die Mischung einer ansprechenden Kaffeegastronomie und eines für jeden anderen entsprechenden Kulturprogramms zu einer deutlichen Aufwertung des Volksparks beigetragen hat. Leider besitzt der Betreiber nur kurzfristige Verträge und hat somit kaum Entwicklungsperspektiven eine Unterstützung bei der Schaffung langfristiger Strukturen wäre an der Stelle wünschenswert. Wir sind jetzt schon beim Paradiespark. Hierzu möchte der Beirat auch eine Stellung abgeben. Durch die derzeitige Sanierung des Paradiespark im Allgemeinen aber auch im Speziellen durch die Sanierung des kleinen Haushaltes befürchten wir zukünftig eine eingeschränkte Flächennutzung und eine erhöhte Auflage durch die Ordnungsbehörde. dass so soziokulturelle Projekte ausgeschlagen schlossen werden. Gerade am Beispiel des Paradiesparks spiegelt sich das Wesen der Soziokultur, die Verschmelzung von öffentlichen und kulturellen Rauben. Diese Anschlussproblematik betrifft allerdings nicht nur den Paradiespark, sondern auch weitere Flächen. Öffentliche Räume, die das großflächige Bebau verringert werden, Beispiel Eichplatz, oder in denen eine lebendige Straßenkultur verändert wird. Hier wäre die ordnungsbehörde Verordnung zur Aufrechthaltung der öffentlichen Sicherheit worden die Ordnung der Stadt jener zu nennen. Man könnte da einige Beispiele rauspicken, die einfach ein buntes kulturelles Leben einschränken. Ja, richtig. Um das nochmal zusammenzufassen, die Szene befürchtet, dass durch die umfangliche Sanierung des Volksparkes soziokulturelle Projekte schlichtweg ausgeschossen sind, weil sie sich nicht mehr finanzieren lassen, weil durch erhöhte Auflagen auch eine gewisse Einschränkung herrscht und schlichtweg durch eine Vollsanierung, ich sage es jetzt mal vorsichtig, Vollsanierung, schlichtweg manche Objekte nicht mehr nutzbar oder anliebbar sind. Ja, auf einen ebenfalls nicht vernachlässigten Rauchnotstand im allgemeiner unterschätzten Bereich der Kreativwirtschaft im Scholzfonds, was für ich schon beschrieben möchte, wir auch dringend hinweisen und trotzdem noch um Lena Paris bleiben. Und zwar wegen im IT-Sektor, nämlich Coworking Spaces wie das Torarbeit, Kombinat Süd oder Subexa, mich bereits entsprechend zugeschnittene Nutzungsangebote, aber im Bereich des kunsthandwerklich produzierenden Gewerbes fehlt es an einer entsprechenden Produktionsstelle. Wie könnte die Nutzung der ehemaligen Lagerwirtschaft der FSU am südlichen Ende des Paradiesparks als eine interdisziplinäre Atelier- und Werkstattgemeinschaft in Kooperation mit Bildungsträgern und Forschungseinrichtungen diesen dringenden Bedarf decken? Warum sehen Sie es dort im Sinne der Mehrfachnutzung und als Inkubrator ein Produktionszentrum im Wissenspool, das an der Schnellstelle von Kunst und Handwerk gestalterische und handwerkliche Prozesse in einem Ort vereint? Derzeit existiert in Indien kein Cluster, zumindest nicht in diesem Bereich und obwohl es zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts und ich gehe jetzt mal wirklich einen ganz kurzen Schritt zurück, gab es schon mal eine hervorragende Thesee zwischen Kunst und Industrie damals wirken nämlich Produktdesigner und der damals noch sehr jungen Baus investiert mit den hier produzierenden Produktionsstätten eng miteinander zusammen. Heute sind in diesem Bereich viele kreativwirtschaftende Unternehmen mangels Raum und Struktur gezwungen, andere Standorte gegenüber Jena vorzuziehen ein gutes oder sagen wir vielmehr schlechtes Beispiel ist der Startup Unternehmen Kinematics Gewinner des Thüringer Innovationspreises 2010 oder 2011 ich bin mir jetzt nicht ganz sicher jedenfalls alle drei Unternehmensgründer sind hier in Jena aufgewachsen geboren sind eng in der soziokulturellen Szene verwandelt gewesen haben ihre Ideen in Weimar entwickelt und sind dann aufgrund des Fehlens eines entsprechenden Custers Prozess der Unternehmensgründung nach Leipzig abwandelt und zufälligerweise auch in ein Objekt des Verzeihens vor Ja wie gesagt in Verbindung mit dem Netzwerk was schon dort besteht aus soziokulturellen und kulturellen Einrichtungen ich sehe jetzt mal auch Volksbahaltheater wo es Kesterblank da Villa Rosenthal Strand 20 genau lieber zum kleinen großen Klas mit Zirkuszelt könnte die Wiederbelegung dieser ehemaligen Lagerwirtschaft als modern Manufaktur für Unternehmen aus verschiedenen Bereichen der Kreativwirtschaft eine innovative Ergänzung zur konzeptionellen Entwicklung dieses innerstädtischen Saalabschnittes beitragen und und hier bedarf ist auf jeden Fall der strukturellen Unterstützung seitens der kommunalen Stadtentwicklung vor allem wie ich vorhin schon sagte im zweiten und im dritten Schritt spricht man nämlich im Rahmenplan Saale doch von dem Nutzen des Flusses als kreativ förderndes Fluid und das ist auch richtig das will ich da nochmal ergänzen wirtschaftlich oder kreativ wirtschaftliche Unternehmen brauchen eben keine direkte Autobahnumbindung sie zehren ihre Kraft und ihre Ideen aus der Lebendigkeit der Stadt die auch eben im grünen Herzen im Paragelsbrat flusiert und spielen wir die Zukunft weiter so ist aus unserer Sicht noch auch auf ein anderes Bauch hinzuweisen werden Kreativwissenschaftler den Paradiespark Inspiration erfahren sollen können im Urbahnzentrum der Stadt in der zukünftig frei werden alten Feuerware nicht nur vielseitige Energien zwischen Kunst- und Kulturschaffenden wirken sondern auch Begegnungen mit einer breite Öffentlichkeit stattfinden die Gebäude werden voraussichtlich 2005 zu frei wenn das neue Gefahren Abwehrzentrum hergestellt ist Gespräche haben bereits stattgefunden mit dem Oberbürgermeister mit den Erwohn auch mit Dennis die Stadt hat unser es nach als Eigentümer bisher kein Planungskonzept jener Wohnen dagegen als Teil Eigentümer des Wohnhauses scheint aktuell angestoßen eigene Pläne zu entwickeln also werden einige Vertreter der Kommunalverwaltung erstmal nicht jetzlich abgeneint sind scheint bei mir jener Wohnung aktuell die Gefahr bestehen dass sie als finanzstärkerer Akteur zum Konkurrenten der Initiative werden zur Feuerwache ist noch zu sagen die Feuerwache ist einer der letzten Orte im Zentrum der günstige Voraussetzungen für die Szene bietet es handelt sich um Altbau die unsaniert sind und damit wird Spielraum für die Gestaltung bereit gehalten da sie zum Teil kommunalen Besitz sind dient sie die Möglichkeit finanzierbare Miden und Partverträge zu entwickeln darauf kann auch die Politik Einfluss nehmen durch die Zentrumslage sind sie leicht erreichbar und bieten die Chance ein Zusammenkommen unterschiedlicher Menschen und Akteure zu verfolgen Der Sozialraub kann eine Aufwertung erfahren da sich ein direkter Nachbarschaft hauptsächlich Verwaltungsgebäude befinden innerstädtisches kulturelles Angebot die Lebensqualität erhöht und sich das Zentrum über die Zwetsengasse ausweitet Zu den Räumen gehört das Wohnhaus bei denen er wohnt mit Wohnraum für bis zu 70 Menschen Dort kann Wohnen mit niedrigen Weitern realisiert werden und zudem ein alternatives Wohnkonzept verwirklicht werden das sich viele kulturelle Akteure wünschen und zwar gemeinschaftlich organisiert zu Wohnen und die Einheit zwischen Wohnen und Arbeiten also kurz gesagt Wohnen und Projekte Die Garagen eignen sich als innerstädtische Lagerflächen für immer wieder benötigte Gegenstände die für unterschiedliche Veranstaltungen im kommunalen Raum genutzt werden Größere Räume wie Veranstaltungsflächen und Spielständen So ist zum Beispiel eine interessante freie Bühne Jena die aktuell neue Vereinsräume bezogen hat deren Räume sich aber nur für die Proben und für die Produktion halten und Aufführungen der Auflagen nicht möglich sind Räume Weiteren gibt es weitere kleine Räume die halten sich für Büros für Vereine für Orte zum Treffen für Werksstätten etc. Soziale Initiativen können Lebenserbau für ihre Büros oder Betreuungsangebote finden wie auch Kunst Künstler Platz für Ateliers und Vertreter der jungen Kreativwirtschaft im Keller wäre Platz für eine Menge an Proberäume für Bands die bislang noch zu wenig Raum finden Die Auseinandersetzung und die in Gürschwilz wegfallenden Proberäume sind sicher noch viele Erinnerungen Die Lösung die dafür zum Glück gefunden wurde hat jedoch zwei Nachteile Erstens sind diese zeitlich begrenzt und Bands brauchen Langzeit Perspektiven und zweitens sind diese Räume zu bedien nicht So ist die Idee der Kulturworte unterschiedlich Strateure der kreativen und kulturellen Szenen an einem Ort zusammenzubringen und Güter zu teilen und Werte Nationen möglich zu machen um Synergien im kreativen Prozess zu fördern Ein alternativer Kulturworte der ein ebenso großes Räume haben wie das Gras in Blanco Ein Ort der Entwicklung und Lebensperspektiven bietet und der Menschen nicht nur in der Stadt hält sondern auch Menschen anzieht Ob als kurzzeitige Besucher oder als länger möglich Akteur eine Utopie die mehr Bedürfnisse gleichzeitig hilft zu erfüllen Bevor wir zum Abschluss kommen ich will das noch aufgreifen mit dem Proberaum ich glaube das ist wirklich noch nicht ein größtes Problem ich bin mir nicht ganz sicher wie viele Proberaum jetzt im Gäschwitz temporär entstanden sind 20 20 19 ich bin mir auch nicht ganz sicher aber ich glaube es gibt Jena um die 100 Benz das heißt das hat man für ein Fünftel der von Poboräum gedeckt ist wirklich noch ein großes Problem um diese Relation aufzuführen ja und wie gesagt entscheidend für die kulturelle sozio-kulturelle Entwicklung der Stadt Jena ist eine gesunde Mischung aus einer Vielzahl von vielfältigen Orten mit unterschiedlichen Ansätzen und Angeboten sowohl im Sonder oder Zwischen oder auch in dauerhafter und hierbei kann durch eine ebenso vielfältige Unterstützung seitens der Kommune und auch Ihren Bürgern die Weiterentwicklung bestehender und der Aufbau neuer Kulturräume begünstigt werden ja diese Unterstützung die beschränkt sich eben nicht alleine auf eine reine finanzielle Förderung sondern schließt gegenseitig Akzeptanz Vertrauen Beratung Vermittlung der Abbau von Vorteilen Regularien und Bürokratie Hilfe bei Drittmittel Akquise sowie vor allen Dingen und das ist uns auch ein wichtiger Punkt das Zurückhalten und das Rückgewinnen von öffentlichen Raum und kommunalen Objekten mit ein Das sind die sogenannten Stellschrauben an denen Politik und Verwaltung drehen müssen um neben den Städtenhäusern auch noch aktuell diskutierten Projekten im Raum die gleichberechtigte Chancen auf Realisierung gewähren Ansonsten sehen wir die Gefahr einer zunehmenden Abwanderung nicht nur kreativer Köpfe in Städte mit besseren Entwicklungspotenzial und Bedingungen denn Jena soll ja auch noch in Zukunft Jugendstil und vor allen Dingen vielfältig bleiben Vielen Dank Herzlichen Dank Herzlichen Dank Wir wollten keine Rückfragung machen weil ich glaube ich schon in Diskussionen übergehen würde und erst noch mal für die Stadtverwaltung vielleicht wird auch ein Einstück wohl aufgenommen werden und danach werden wir dann die Runde öffnen eine Wortmeldung habe ich schon gesehen und registriert Ja Schönen Dank Tilo guten Abend auch noch von meiner Seite Ich möchte mal mein Statement starten ähnlich wie das Tilo Schieb gemacht hat weil ich seine Einschätzung teile dass wenn es um die Fragen der Kultur geht der Soziokultur und der kulturellen Räume ich auch der Meinung bin dass es in den letzten Jahren hier in unserer schönen kleinen Stadt doch eine Veränderung zum Positiven gegeben hat was sozusagen auch die Bedeutung des Themas anbelangt Es sind positive Beispiele genannt wurden zuletzt am Sonntag konnten wir ein positives Beispiel bei der Premiere und Feuer an der Lichter Brücke bewundern mit dem Zirkus mit dem Zirkus Mogelo sodass ich schon glaube dass es hier in den letzten Jahren einen Wandel gegeben hat in der Frage welche Rolle spielt eigentlich die Kultur die freie Szene insbesondere die Soziokultur für unsere Stadt für unserer Stadt Entwicklung vielleicht noch nicht in dem Maße wie sie es eigentlich verdient hätte ja ich sage immer als ich hier in die Stadt gekommen bin um zu studieren da waren so Einrichtungen wie das Casablanca zum Beispiel für mich so ein bisschen der Unterschied zwischen einer Stadt mit einem großstädtischen urbanen Flair und einer Ost-Jüringer Provinz weil es einfach solche Einrichtungen gab die in vergleichbaren Städten in dieser Größenordnung so nicht gäbe so das für mich ein wichtiger Punkt war nicht nur hier zu studieren sondern auch hier zu bleiben weil ich mir einfach wohlgefühlt habe und es auch nach wie vor tue wir reden ja immer darüber dass es in Jena keine Räume gibt für welche kulturelle Nutzung auch immer ich denke mal präziser wäre es zu formulieren dass die Verfügbarkeit der bestehenden Räume dass die verbessert werden muss weil wenn man sich mal mit dem Thema ein bisschen näher beschäftigt und es sind ja einige Beispiele genannt worden gibt es natürlich schon eine ganze Reihe von Möglichkeiten von Orten die in der kulturellen Nutzung zugeführt werden können es gibt eben diverse Rahmenbedingungen die dabei zu beachten sind vor uns wurde gesagt den Raum gibt nach Abhängigkeit der Nutzung stellt ja der Raum unterschiedliche Anforderungen vor wurde die Orländer Kommune als Behörde angesprochen da fühle ich mich jetzt direkt angesprochen weil mein Dezernat so strukturellen wie die Bauordnung oder das Umweltamt ist also diejenigen die sehr schnell in Berührung kommen wenn Leute ein Gebäude zum Beispiel umnutzen wollen oder wenn sie Veranstaltungen machen wollen mit Publikumsverkehr das Beispiel mit der Freien Bühne wurde genannt dass die Räumlichkeiten die wir für die Bandproben Räumungen gefunden haben eben nicht eine Nutzung zulässt wo öffentliche Publikumsverkehr stattfinden kann aus einer Reihe von sehr harten Fakten die Kollegen von der Bauordnung tun dies ja nicht weil sie was gegen die freie Bühne haben sondern weil sie einfach einen Job machen müssen und der bedeutet immer das wie Brandschutz und so was zu beachten sind beziehungsweise dass man guckt wenn man in Gebäude reingeht dass es den Leuten die Decke nicht im Kopf fällt im Maßen des Wortes insofern wäre es mir auch noch mal wichtig das hatten verschiedene Leute auch schon angesprochen so Verständnis für die jeweiligen Seite zu entwickeln das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt die Leute die sehen sich ja immer so ein bisschen die Bösen die sozusagen immer dafür da sind den jungen Leuten etwas zu verbieten aber die tun das nicht weil sie böse Menschen sind sondern weil es einfach mein Job ist darauf aufzupassen und deswegen nichts passiert in dieser Stadt Ein weiteres großes Thema was bei uns in der Behörde gerade bei den Umweltleuten eine riesengroße Rolle spielt ist immer alles was mit Lärm zu tun hat man könnte unterschiedliche Definitionen haben was für ein Lärm bedeutet beispielsweise Strandbar abends Roussie gespielt und der Beat schwappt so das Tal hoch zu mir auf dem Balkon ist das für mich persönlich nicht so eine Belästigung es gibt andere Leute die das eben anders sehen die sich dann auch schnell bei uns melden überhaupt ist ja der beste Mitarbeiter der Bauordnung der böse Nachbar also es ist ja nicht so dass ich Ehrscham von Kollegen hätte die sozusagen durch das Stadtvipizien und sozusagen aufpassen dass hier alles in Ordnung ist wir werden ja meistens von der Bevölkerung darauf hingewiesen es ist zu laut macht mal was untersagt mal die Nutzung und wenn wir diese diese Anfragen bekommen müssen wir dem auch nachgehen das ist nicht nur eine Frage was für neue Räume sondern auch eine Frage von Initiativen die es schon gibt auch im Wagen das Thema Lärmschutz kein Unbekanntes es gibt verschiedene andere Stellen wo das eben auch so ist wir haben bei uns im Dezernal angefangen in den letzten Wochen und Monaten auf Mein Budget mal zu beginnen an der Liste zu arbeiten an Räumen die immer wieder in der Diskussion sind das sozusagen auch mal ein bisschen zu strukturieren und auch mal den Versuch zu starten die Rahmen Bedingungen abzustecken also was für eine Art von Nutzung könnte denn dann möglich sein wir haben versucht diese Vermittlerrolle zu übernehmen wir hatten den Vortermin am Burgauer Weg und haben uns über das Projekt der Lagerwirtschaft unterhalten KJ hat sozusagen zum aktuellen Eigentümer den Kontakt hergestellt dass man sich das auch mal angucken kann das ist ja auch gerade beim Projekt Feuerwasser ein Anliegen gewesen dass man erst mal weiß worüber redet man kriegt man dann mal Pläne kann man dann mal rein in die Gebäude um ein Gefühl dazu zu bekommen ob die Projektideen die man hat überhaupt realisierbar wären also die Rolle des Kommittwurst als kommun ist glaube ich auch ein ganz wichtiger Punkt als Behörde natürlich Ermessensspielräume die gibt es sicherlich immer aber auch noch bis zu einem gewissen Punkt das ist immer auch für jemanden der es noch nicht so lang macht immer wieder spannend wie schnell man da an seine Grenzen aufstößt weil Gesetze nur mal Gesetze sind und an einem gewissen Punkt mal auf diesen Ermessensspielraum leider möchte man sagen nicht mehr hat ich fände es wichtig dass man als als Kommune als Stadt diese Frage des Dialoges dass man die weiterspricht dass man überlegt wie kann man diesen Dialog führen die Veranstaltung heute ist glaube ich in den Schritt in die richtige Richtung wir sollten uns unterhalten wie man das auch verstetigen kann wir haben den Beirat jetzt seit einiger Zeit weil wir auch nach einem Kämpf in der Politik nach meiner Erinnerung wir haben über die Diskussion über das Kulturbudget der nächsten Jahre ja auch Möglichkeiten geschaffen die Frage des Kulturbüros du sagst dann noch was dazu das vielleicht auch mit Finanzen zu untersetzen dass man eben diese Strukturen eben auch hat wo die Kommune sozusagen diese Möglichkeit übernehmen kann so ein bisschen diese Mittlerfunktion zu übernehmen mal einen Eigentümer anzusprechen ähnlich wie das ja jetzt hier die Kollegen in Leipzig tun wobei ich schon auch glaube bei dem Projekt das so ein bisschen der Vorteil ist wenn man mit einem Eigentümer redet der sozusagen die Wahl hat zwischen dem was sie anbieten und nichts ist es natürlich eine andere Position als wenn ich sozusagen das Gefühl habe ich kann da meinen Standort vermarkten und mache da tolle Wohnungen draußen verdiene da mit der Menge Geld also ich glaube so ein wesentlicher Punkt auch für den Erfolg in Leipzig ist es eben dass es eben die Leerstandsquote dieser großen Ordnung gab um sozusagen eine gewisse Offenheit zu erzielen beim Eigentümer der sich denkt ja besser als nichts aber trotzdem diese gerade diese Dialogfunktion zwischen Nutzer und Eigentümer dann nochmal sozusagen so einen Puffer zu schaffen finde ich einen ganz interessanten Ansatzpunkt und den könnte meiner Meinung nach auch die Stadt übernehmen diese kommunikative Ebene ich würde gerne an unserer an unserer Liste der potenziellen Möglichkeiten weiterarbeiten wir haben das jetzt mal mit dem Jugendamt abgestimmt die auch einige Projekte uns sozusagen genannt haben und ich habe mit meinen Leuten vom Umweltbereich von der Bauordnung gesprochen was die für Randbedingungen sehen würden gerade hinsichtlich solcher Sachen wie Lärm oder eben auch Brandschutz wir werden uns mit den kommunalen Immobilien jener unterhalten was da vielleicht perspektivisch möglich ist Schulnetzplanung wieder Bedarfsplanung bedeutet ja vielleicht auch dass es zukünftig Auktionen gibt was stettig Immobilien anbelangt die Frage ist wie wir immer da eine adäquate Nutzung reingekommen um möglichst wenig den Nachbarn zu stören und den Kulturschaffenden den Raum zu geben den sie brauchen in dieser Stadt und aber ich bin wie immer eigentlich vorsichtig optimistisch dass wir uns da auf einem ganz guten Weg befinden und die ob alle diese Konzepte die ich in der letzten Zeit gelesen habe ob das nun die Feuerlacher ist ob das die gerade alles in der Diskussion ist ob alle diese Projekte wirklich so eins zu eins umgesetzt werden können oder nicht ob sozusagen auch die kritische Masse an Menschen dafür da ist und an potenziellen Kulturschaffenden ich weiß es nicht ja gerade auch das Projekt der Feuerlacher ist doch auch ein großes Projekt wenn man sich das Grundstück mal anschaut wir hatten es am Montag auch gesprochen aber zumal auch da sicherlich auch konkurrierende Nutzungsmöglichkeiten vorhanden sind aber ich bin vorsichtig optimistisch dass wir hier auch einen Schritt weiter kommen werden wenn es darum geht neue Räume neue Möglichkeiten zu schaffen und sozusagen unserer Kulturszene unserer freien Szene hier auch den Entfaltungsspielraum zu geben den sie brauchen um unsere schöne kleine Großstelle noch ein bisschen attraktiver zu machen ja vielen Dank und jetzt würde ich gerne auch die Runde eröffnen das ist sehr viel von voller gesprochen worden und deswegen würde ich auch mich freuen aus dem Raum herausgesprochen wird eine Wortmeldung hatte ich schon vorhin gesehen ich würde auch gleich aufrufen bevor irgendwie ich auch noch weiterer Sachen sage ich würde erst mal keine Runde in den Raum öffnen ich bin Marcio und ich habe einen verlag heißt die Tandestina Publikation Das Thema das Thema das wir heute hier behandeln ich habe schon aus anderen Blinke Punkt oder Blinke Binken gesehen und erlebt in Brasília in Portugal und oder Blinke ist ein Ich denke, der Schwachpunkt ist, wenn wir eine Politik bei der Bauentwicklung eines Staates, wenn diese Politik nicht sinnvoll betrachtet ist, gibt es das Risiko, dass die Investoren hier nicht bleiben. Es ist besonders, dass es bei der kreativen Wirtschaft oder bei Leuten, die im kreativen Bereich arbeiten, wenn die Bedingungen nicht stimmen, natürlich muss sie weggehen. Ich habe über die Bauentwicklung oder die Baupolitik gesprochen, weil wir hier zu den drei Staaten zusammen betrachten müssen, diese Baupolitik, die Bauentwicklungspolitik und die Kultur. Diese drei Staaten müssen wir dann in die Gesamung betrachten. Die Baupolitik, weil es nicht so einfach ist, die Eigentum oder die Politik, was anderes ist als Bau- oder Entwicklungspolitik, wo die Staaten oder die Politik versuchen, den Einfluss zu nehmen. Man spricht, dass es hier eine große Spekulation gibt. Das ist, was Sie. Sie haben sich die Gitarre von einer der Industrie in den Führung, die sich in der Industrie in der Industrie in der Industrie-Creativität. Das ist hier eine große Frage, die ich in der Industrie in der Industrie-Creativität in den Führung. Die Industrie für die Industrie-Creativität ist. Das ist die erste Versuchung, die in diesen Bereichen der Kulturwissenschaften so festzuhalten, dass man die Kultur auch mit diesen Bereichen zur Kulturwissenschaften bringt. Man produziert Käse. Man produziert Käse. Man produziert Identität, aber man produziert Käsematerial. Man produziert dinero. Ja, er hat wiederholen die Brink der Gelegenheit nicht nur eine Sache, sondern eine Kulturidentität, eine Staat, was für eine Staat für kulturelle und kreative Kopf haben, aber das bedeutet für die Staat auch immer. Me parece que o conceito de indústria criativa cultural na política de cultura diena é muito frágil até agora. Não se compreende até agora. A política cultural diena tem se mostrado mais assistencial e social do que de investimentos anessas. Ele acredita que a cultura política ainda não esteja e não esteja e que não esteja e que a gente esteja e que a gente esteja aqui no espaço e que não esteja na cultura não esteja só não é só die sozialen Bereiche und so weiter, so wenn wir von einem kleinen Verein oder Schulleinern sprechen, aber auch die Leute, die Kultur als Unternehmer hier betreiben wollen, die haben ja auch schwer, weil sein Verarzt die Kulturpolitik der Stadt unterstützt das nicht. Okay, vielen Dank. Also wir haben uns über den Ketolier verstanden, die Kreativwirtschaft und die mangelnde Unterstützung, die Sie gesehen haben, zurzeit auch in der Politik, haben wir zumindest jetzt gerade nochmal verstanden. Gut, weitere Wortmeldungen? Frau Stolzmanns. Ja, ich wollte gerne nochmal ein kleines Ding zu dem ersten Vortrag. Und zwar hatten Sie ja auch das öfteren Jena Kultur mitgenannt und im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Räumen. Und da möchte ich vielleicht mal mit etwas aufräumen. Alle Einrichtungen von Jena Kultur suchen nämlich auch ständig Räume. Es ist nicht so, dass wir die im Überfluss hätten und könnten sie jeden Tag anbieten. Und ich kann genügend Beispiele nennen, wo das nämlich auch bei uns schon nicht mehr funktioniert. Und auch die Einrichtungen, auch Kindergärten, Schulen, auch alle die suchen Räume. Also das ist hier, ich denke, ein dauerbrenner Thema in Jena. Alle suchen Räume, ob das die Kreativen sind oder die Einrichtungen, die Schulen oder die Kindergärten. Und wir müssen uns da tatsächlich manchmal auch wirklich einen Kopf machen, wie wir alles das, was wir anbieten wollen, auch unterbringen können. Wir hatten neulich mal die Veranstaltungstage im Volkshaus und im Volksbad zusammengezählt. Wir sind da auch 270 oder 250 Veranstaltungstage bekommen im Jahr. Wenn man jetzt davon abzieht, dass wir auch mal einen Tag brauchen in der Woche, wo wir die Häuser wieder sauber machen müssen, dann sind wir eigentlich rund um die Uhr jeden Tag ausgelastet. Und da ist nicht mehr viel. Denn Veranstaltungstag heißt aufbauen früh und nachts wieder abbauen und am nächsten Morgen wieder anfangen. Und ähnlich ist es, wenn wir uns die Musik- und Grundschule anschauen. Wir haben solch einen Urlaub im Zusammenhang mit dem Bandprobenprojekt Friedrichs, kann das ja hier mal sagen, dass uns die Räume für die Schlagzeuge einfach nicht mehr ausreichen. Wir brauchen auch hier neue Räume. Wir sind ausgebucht in der Musik- und Grundschule. Oder wir behindern mit unseren Bandproben wiederum andere Musikinstrumente, die Klavierspieler oder die Geigen-Schülerinnen oder Schüler. Also ich wollte nur sagen, das ist für uns auch ein Dauerthema. Ich kann die Volkshochschule nennen, den Veranstaltungsbereich, die Musik- und Grundschule. Wir sind ständig am suchen. Und deswegen denke ich, dass Sie vorabend, Herr Peisker, was Sie jetzt machen, dass Sie mal eine Bestandsaufnahme machen, wo sind, welche Räume nutzbar, aber auch nochmal für unsere Belange, wo wir unsere Bands rein, auch unsere mal unterrichten können. Und dann natürlich muss es weitergehen, dass man solch ein Vermittlungsbüro für die verschiedenen Nutzungsarten aufbaut. Und da wollen wir natürlich auch gerne behilflich sein. Aber ich wollte jetzt bloß nochmal ein bisschen mit dem Mythos aufräumen. Wir hätten hier noch jede Menge leer stehende Räume, die wir jeden Tag zur Widerstunde anbieten können. Okay. Okay, schönen Dank. Jetzt habe ich drei Wortmeldungen. Frau Vollmer, dann ist die und dann ist es los. Ich habe mich heute extra mit unserem Epheserter unterhalten, vor Zweigs, Hans Reichert, der ja als Musiker viel als Jugendlicher hier unterwegs ist. Und dann habe ich gefragt, wie siehst du das aus deiner Sicht, Bandprobenknappheit in Jena. Und unter den Jugendlichen selbst sind das gar nicht so als Problem gesehen. Wir sagen, für uns gibt es genügend Räume. Und wenn ich sage, wenn ich das höre, 20 neue Probenräume geschaffen und 100 Bands in Jena, da glaube ich, haben wir super Voraussetzungen gegen Warnungsstätten, wo das gar nicht so da ist. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht nicht auch ein bisschen anders nachdenken sollten, ob denn wirklich jede Welt dann ihren eigenen Raum braucht oder ob man nicht gemeinsam nutzen kann. Und da ist, glaube ich, ein Problem, was wir an der Schule merken, an der Musik- und Kunstschule, weshalb wir sagen, wir können nicht unsere Räume öffnen für jedermann, auch wenn wir das gern tun würden. Es ist ein bisschen die Frage, wie wird dann auch mit dem vorhandenen Raum, vor allem mit dem vorhandenen Cimentarium umgegangen. Das ist dann ganz schön heruntergespotet. Ich denke, vielleicht wäre es möglich, wenn man hier ein bisschen umdenkt und auch gemeinsam denkt, gemeinsam überlegt, wie können wir das, was da ist, es ist nun mal die Krankheit in Jena da. Nicht nur die Forderung aufmachen nach mehr, sondern das, was da ist, gemeinsam alles zu nutzen. Wollte ich denn jetzt mal ein ganz kurzes Wort geben, weil ich auch reagieren wollte? Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Ja, okay. Du reagierst gleich drauf in der Lage. Dann reagierst du erst mal, dann. Genau. Okay. Also für mich ist einfach oft jetzt deutlich geworden, dass teilweise einfach das Bewusstsein dafür fehlt, was teilweise die Dünne und Wendigkeiten sind. Ich habe beispielsweise letztes Jahr mit der Philharmonie darüber gesprochen, wo teilweise der Bedarf der Räume da ist, wo man gesagt hat, okay, der Prozessar ist voll, da kann man nicht proben oder so. Wo dann aber plötzlich nach einer kurzen Diskussion klar wird, okay, das Orchester probt noch vormittags, das Orchester probt nachmittags. Da sind zwischendurch drei Stunden frei, da stehen hier Instrumente um. Und als Musiker weiß man ja auch, wie man mit so einem Instrument umgeht, dass man da nicht dran fasst, dass man da nichts macht und so weiter. Wo dann der Saal frei steht, die Philharmonie bezahlt den. Aber es wird gesagt, da drin kann jetzt nicht gebrochen werden, auch wenn man nicht auf die Bühne geht. Auch wenn man nicht irgendwo hingeht, was natürlich an Versicherungen liegt, das weiß ich auch. Aber der Hausmeister ist für den ganzen Tag bezahlt und der ist auch in dem Raum und richtet da dann zum Beispiel zwei Scheinwerfer ein. Ich weiß nicht, ob denen das stört, wenn man da drin vielleicht dann zwei Stunden mal Musik macht, obwohl da vorher Musik läuft und danach Musik läuft. Andere Sache ist, es ist einfach so, das ist ja auch bei den beiden Vorträgen klar geworden, das Neue braucht einfach Freunde. Neue gucken, haben keine Lobby. Und es ist ein bisschen an der Stadt, es ist ein bisschen auch, also ich will gar nicht je nach sagen, weil ich weiß ganz genau, dass sie genug eigene Probleme haben. Aber es fehlt an so einer Koordinierungsstelle, die teilweise einfach sagt, hier gibt es die Möglichkeit, da gibt es die Möglichkeit, wenn man dann plötzlich vier, fünf Jahre besteht und einen gewissen Ufer hat, dann ist es ganz einfach andere Probenräume zu bekommen. Weil jeder sagt, oh ja, sie kenne ich, da weiß ich, da passiert nichts. Aber wenn das was Neues ist, dann sagt jeder, ah, in unserem Raum geht das nicht, da gehen die Instrumente kaputt, wenn andere Leute kommen. Aber gleichzeitig sollen dann eben Musiker im selben Raum proben, verschiedene Bands in einem Raum proben und die sollen sich dann gegenseitig so vertrauen, ja, die anderen machen und machen die Instrumente nicht kaputt. Also es fehlt manchmal einfach ein bisschen an dem Bewusstsein und dass ohne fehlende Außenwirkung, ohne Profil sozusagen immer ein viel größerer Respekt, ein viel größerer teilweise eben auch Angst vor jungen Neugrücken da ist. Habe ich das Gefühl, und deshalb eben die vorhandenen Räume, die ja beispielsweise in der Schule auch sein können, nicht freigegeben werden, weil man sagt, naja, da wissen wir nicht, was damit passiert. Natürlich wird schlecht erfahren, das kann ich auch nachvollziehen. Also Jugendliche sind Jugendliche und da kann auch mal über Mut vielleicht irgendeine Fehlerreaktion kommen. Aber ich habe einfach das Gefühl, wenn wir Jugendkultur wollen, dann sollten wir viel mehr Vertrauen in die Jugendlichen auch reingeben, weil die ja ihre Musik auch machen wollen. Und die werden natürlich sich dann auch entsprechend an denjenigen halten, die vorgegeben werden. Ich wollte mal eingehen, das ist ja hier in Jena, dass wir eigentlich eine ganz gute Situation haben. Das sehe ich im Prinzip auch so. Ich würde aber gerne zwei Punkte noch anfügen. Zum einen Raum ist nicht gleich Raum. Gerade das Angebot, was wir zum Beispiel in Jugendclubs machen oder auch in der Schule, ist glaube ich für ein gewisses Klientier einfach nicht interessant. Weil man ab einem gewissen Alter vielleicht einfach in so einem Jugendclub auch nicht mehr sein will, weil da Leute rumspringen gehen als ich nicht Teenager-Alter und so was. Und wenn ich dann so 20, Mitte 20 bin, suche ich vielleicht auch einfach einen anderen Raum, wo vielleicht auch sozusagen diese Jugendclub-Atmosphäre oder auch so eine Schulatmosphäre vielleicht einfach nicht mehr so mein Ding ist. Das ist das eine, also die Frage der Zielgruppe. Und das zweite, was ich gerne anfügen möchte. Ich habe im letzten Jahr sehr intensiv miterlebt, wie sozusagen die Alternativsuche nach Wänden, in den Probenräumen losging, als klar war, dass ein Göschfeld sozusagen von so einem LV raus muss. Und zum einen war vollkommen klar, dass es eine Zwischennutzung war. Also das ist, denke ich mal, von KJ wird von Anfang an sehr deutlich kommuniziert worden. Ich denke aber, wir sollten auch als Lehre daraus sehr viel früher damit anfangen, was denn Plan B sein könnte, falls die jetzige Möglichkeit, die die Leute haben, aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht mehr zur Verfügung steht. Damals ist ja die, in der Stadtverwaltung, das war ja schon fast panikartig, die alle möglichen Verwaltungsbereiche an diesem Thema gearbeitet haben. Da war die Wirtschaftsförderung dabei, da war jener Kultur mit dabei, da war Karrieren mit dabei. Das ist jetzt in der Stadtentwicklung, teilweise hatte ich das Gefühl, es gibt da nur noch ein Thema und alle Verwaltungsteile arbeiten irgendwie mit dran. Was natürlich allergern wert war. Ich würde dann lieber sagen, wir sollten, und das hat mich auch in den Dialog gemeint, wir sollten sehr viel früher damit anfangen, eben über so einen Plan B zu reden, weil ich eben auch nicht weiß, wie lange dieser Mietvertrag noch möglich ist. Und je schneller wir auch Plan B in der Tasche haben, umso ruhiger können wir auch von Kondition soll es noch dazu kommen, dass wir wirklich den Ersatzbedarf schaffen müssen. Denn so kann auch mal das Plädoyer für diese koordinierende Vorgehensweise, wo ich glaube ich, die Stadt schon noch in der Verantwortung schwer hat. Ja, ich würde mich gerne auch erstmal bedanken an die Veranstaltung, die die Diskussion ein Stück weit in die Öffentlichkeit gebracht haben, weil ich finde, da gehört sie hin und ist auf jeden Fall ein Thema, was uns in Jena weiterhin beschäftigen sollte. Ich danke auch den zwei Vertretern vom soziokulturellen Weihpartner. Vermisse ich den ganzen Referat von euch beiden, da habe ich so ein Stichwort, das ist einem mal gefallen, aber ein ganz zentraler Punkt oder Ort, wenn ich genannt wurde, der quasi auch Lebendigkeit, Unkonventionalität, Unkommerzialität und eben auch ein Stück weit Überlebensqualität für die kreative Klasse, wenn ich es mal so nennen darf, in Anführungsstrichen, in Jena Verkörperung, der befindet sich am Infosplatz. Und ein Leitung wurde ja auch erwähnt, dass sich kulturelle Initiativen sich in letzter Zeit verstärkt an der Öffentlichkeit gemeldet haben. Das waren die Skater, das waren die Jungs oder die Bands, die Angst um ihre Proberäume hatten. Und im letzten Jahr hatten wir auch eine spontane Demonstration von Angehörigen, Teilhabern, Stakeholdern in der Infosplatz-Initiative. Und es gab eine spontane Petition, vielleicht fände ich auch, denn ich habe mal in der Stadtverwaltung auch gezählt, mit wieviel kleinen Petitionen der Briefkassen des Bürgermeisters, ich sage mal in Anführungsstrichen, zugemeldet wurde. Ich würde da erstmal zwei Sätze von vorlesen, weil die drücken ein Stück weit auch eine gewisse Sorge aus eben von, ich sage jetzt mal alternativen Genensern. Wir sind wütend, dass uns kreativen Kulturschaffenden, wie genießenden Menschen immer wieder die Räume verloren gehen, in denen wir Kunst, Musik, politisches Denken, soziales Miteinander und alle anderen kulturellen Vielfältigkeiten ausleben können. Eine höchst sanierte Stadt mit funktionierender Wirtschaft und Wissenschaft ist noch lange nicht gewendet. Und das nochmal zum Stichwort Lebendigkeit. Also uns sind da ungefähr 600 Leute durch die Innenstadt gezogen und ganz interessant sind in anderen Räumen von anderen Räumlichkeit, die sich am Westbahnhof befindet und eben für viele eben auch noch eine offene Runde war. Also Stichwort Identitätsbildung für junge Menschen, die eben sich auch kreativ ausleben wollen. Also Stichwort Lebendigkeit, Lebensqualität. Und die Gefahr eben auch aus Sicht der Stadt, dass da ein kreativer Brain Day auch wieder stattfinden kann. Also ich muss das nochmal mit den Bands differenzieren und wenn ich das da differenziert habe, kann ich das auch nochmal umrechnen. Eine andere Initiativen inklusive ... Ich glaube, wenn ich das mit den Bands differenziert habe, kann man das auch nochmal umrechnen auf andere Initiativen aus anderen Kulturbereichen. Die ersten, die anfangen Musik zu machen, sind Schüler, auch nicht mehr unbedingt in der Schule, aber auch schon und die haben in den Jugendzentren Probenräume, die ausgestattet sind. Die müssen da auch nichts mitbringen, weil die nämlich gar nichts haben. Von 50 Bands, die anfangen mit 12, 13, 14, sind mit 16 vielleicht noch 50, 40 Prozent an der Stadt. Der Rest hat bereits aufgegeben. Diejenigen, die dann weitermachen, auch nach wie vor in den betreuten Probenräumen, wo man keine Dichte finden muss, wo es aber einen Verantwortlichen gibt, muss der jeden Tag nachguckt, was ist kaputt. Weil das nicht funktioniert im Museum, ebenfalls in diesem Alter auch nicht. Das geht ein Stück weit. So wie die 16, 17, sie die ersten Auftritte hatten, die ersten Morgen auch gekriegt haben, aufgrund von Publikumsresonanz. Dann entwickelt sich das, dann kommen die nämlich dazu, dass die sich auch Stück für Stück eigene Technik anschaffen. Dann reichen nämlich die Verstärker im Jugendzentrum nicht mehr, weil die nämlich noch freudig klingen. Und das Schlafzeug mit Habe kriegt das Hörband dann irgendwann. Und dann sind die so weit, dass die auf Probenraum-Suche gehen müssen, weil es müsste ja sich mitbringen. Das passt in kein Jugendzentrum, das passt in keine Schule. Und es muss ein Verantwortlichen geben. Hat nämlich Geld gekostet. Und dann beginnt die Suche nach den Räumen. Und dann würde ich unterscheiden, es gibt Leute, die finden einen. Die finden auch irgendwas und manchmal ist es nur eine Gartenhaube und die arrangieren sich. Manche haben beim Überfugton Göschnitz Räume gefunden. Das hat kein funktioniert. Das hat kein nicht funktioniert. KJ musste immer wieder mal Malungen schicken oder Racketroni, er fliegt raus, wenn ihr euer Geld nicht bezahlt. Fugton hatte das Problem jetzt auch schon. Dass man natürlich eine Hand nimmt, aber nicht darüber nachdenkt, was das kostet. Trotzdem haben wir nach wie vor zu wenig Hochrolle. Selbst wenn wir vielleicht 30 Prozent der anfangen, Jugendlichen zum Schluss als ältere Menschen oder als Jugendliche durch Erwachsene immer noch Musik machen und sagen, wir wollen auch auf dieser Strecke weitermachen, vielleicht wollen wir sogar Profis werden. Also ich glaube, es ist ganz differenziert zu betrachten. Und das würde ich auch noch mal auch auf den Inselsplatz. Und wenn ich so an dem Beispiel des Hauses festmache, als das gesetzt wurde 1994, war das die Errungenschaft, dass die Stadt gesagt hat, 20 Jahre dürft ihr da wohnen. Und da hatten wir vor fünf Jahren wieder eine Besetzung von Jugendlichen, die gesagt hat, dass die alten Quacker in dem besetzten Haus, die machen wir nicht schwer, die wollen selber was machen. Also in diesem Prozess wird es weiterhin geben, dass sich Jugendliche nicht akzeptiert werden, von denen die seit vielen Jahren eine bestimmte Kultur machen, damit auch alt geworden sind und dann auch so ihre Ruhe gefunden haben, wenn man sich so auf die Rette vorbereitet. Ich glaube, da brauchen wir auch noch nicht nachdenken. Diesen Prozess müssen wir aushalten. Da muss man denen auch was sagen, weil das geht halt nicht. Trotzdem muss ich nachher mich vor allem auch unterstützen, jeder Jugendliche, der irgendwann Anfang der 20er Jahre sagt, ich brauche einen Bogenraum, den muss man auch abkaufen. Weil, nur die, die bis dahin das nicht mehr wollen, die ist weggebrochen. Da brauchen wir nicht mehr drüber nachdenken. Und da sind wir eigentlich noch gut bedient mit nur fehlenden, was weiß ich, 30, 40 Wochen räumen können. Ich finde die Atmosphäre und die Diskussionskultur sehr angenehm, dass das Verständnis füreinander so ein bisschen betont wird und man nicht wie in anderen Bereichen, wo es auch um Räumlichkeiten für spezielle, sehr spezielle Nutzungen geht, mit 22 Mann auf einem grünen Rasen, dass da nicht einfach nur eine Forderung gestellt wird und gesagt, wir brauchen und jetzt macht mal. Das ist so, das ist schon alleine sehr vertrauensbedingend. Und auch wenn der Ansatz aus Leipzig vielleicht nicht ganz so vergleichbar ist, weil bei uns in der Tat, also bei einem Prozent Leerstand in Wohnungen, und bei noch nicht mal zwei Prozent Leerstand Büroflächen, wir haben viel gebaut in den letzten Jahren, 400 Wohnanleitungen pro Jahr, aber die Menschen, das Leben wächst um die schneller und wir kommen nicht hinterher. Und diese Flächenkonkurrenz, die wir damit spüren, an allen Ecken und Enden, die lässt sich hier im Raum dokumentieren, die finden sich bei bei allen, die irgendwie Raum haben wollen. Und das heißt, wir brauchen Akzeptanz, um mehr Räume zu schaffen und daran fehlt es ganz massiv in dieser Stadt. Egal, wo wir versuchen, ein Grundstück zu verkaufen, ein Haus zu bauen, es findet sich immer ein Nachbar, der sagt, nö, den Fleck aber nicht. Damit rede ich nicht nur über den Inselplatz, vielleicht auch, aber die Zeitung heute, Nordviertel, Herr Ferbe, die Zeitung vorgestern, Ostviertel, die Zeitung vorvorgestern, Friedensberg. Wenn wir nicht mehr Räume schaffen, steht auch nicht mehr zur Verfügung. Dafür braucht man eine Grundakzeptanz. Wachstum heißt, man baut an der Stelle, wenn es Räume geht. Und da bitte ich auch einfach nur ein bisschen Unterstützung. Da wollen wir frei werden, in Schulen, da denken wir ja auch drüber nach. Was macht man denn damit? Eine Schule ist ein ziemlich spezifisches Haus. Es ist jetzt nicht so ganz einfach als Wohnung oder schnell an den Markt zu bringen oder so. Kann man auch machen. Aber vielleicht gibt es ja auch andere Nutzungsmöglichkeiten. Da sind wir dabei. Da sind wir auch schon auf Funktoren in dem Areal, nicht direkt das Gymnasium zugelang, aber in dem Areal, um mal zu gucken, geht da was? Ein Funktoren ist so eine der Prinzipien, die ich auch bei Ihnen gesehen habe, die Vertrauen schaffen, dass man nämlich einen Verein hat, der kontinuierlicher Ansprechpartner ist für eine Gruppe, die selbst sehr schnell wechselt. Das ist für eine Verwaltung extrem schlecht zu greifen. Und da ist es gut, wenn so eine Struktur existiert als Scharnier zwischen den Partnern. Dann hat das schon viel bewirkt. Und Vertrauen schenken hat auch beim Fondum viel bewirkt, weil wir nach den Erfahrungen im Geschwitz sagen konnten, wir zu, bei uns könnte er nicht mehr. Bei uns hängen die Leitungen so marode da, dass wir einfach Angst haben, dass sich irgendwann mal einer dort verletzt. Aber wir können schon, zumindest vom Namen her, dafür einstehen und die Leute empfehlen und konnten auf die Art und Weise neue Räumlichkeiten vermitteln. Und wenn wir dieses Prinzip an anderen Stellen auch noch anwenden, haben wir schon viel genommen. Letzter Punkt. Natürlich müssen wir, wenn es bei der Veranstaltung arbeiten, nicht nur uns groß angucken, wenn plötzlich die Lände über uns statt. Umgekehrt müssen aber auch diejenigen, die einen befristeten Vertrag haben, wissen, das ist ernst gemeint mit der Befristung. Das steht ja nicht zum Spaß in dem Vertrag, sondern wenn die Zeit tickt und es ist der 31.12.2000x rum, dann bin ich hier raus. Und das war auch nicht von Anfang an die Handhabe, sondern es wurde dann unwahrscheinlich politischer Druck gemacht, als der Liedvertrag im Prinzip schon weg war. Und das wäre so ein Punkt, den ich das nächste Mal trage ich auch gerne an. Deswegen noch mal einige Anmerkungen von mir. Ich fand einen Punkt, von mir heute sehr wichtig, von meinem Vortrag, das war diese Moderationsfunktion. Und ich glaube, diese Moderationsfunktionen sind eine ganz wichtige Funktion, die an verschiedenen Stellen der Stadt wahrgenommen werden sollte und vielleicht auch kann. Eine Möglichkeit sehe ich jetzt in dieser neu geschaffenen Vereinsbeiratungsstelle, die ja so zu bitterer Beirat letztendlich oder gemeinsam durchgesetzt haben, dass die kommen soll, die soll ab Sommer laufen, die gewissermaßen diese Initiative so ein bisschen die ersten Wege bereiten soll, sich zu finden, gewisse rechtliche Sachen zu fassen, wie das Wort auf Gemeinnützigkeit und Ähnliches, gewisse Vortragschwellen zu erschließen, die vielleicht nicht nur in Nina liegen, sondern auch in anderen Programmen liegen. Es war mal angebracht worden, dass sie auch so ein Raumprogramm mit übernehmen sollen. Wenn ich das jetzt heute höre, halte ich sie fast überfordert, diese eine einzige Stelle damit auch noch zu belasten. Ich glaube, da müssen wir noch mal neu nachdenken an der Stelle. Ich halte diese Raumstelle, dieses Einfachmehrfach, was da nach erwähnt worden ist, oder beziehungsweise auch die Frage, gut, dieses Mehrstandsmelder, den kann man auch ohne Stelle selbst bedienen, aber dass man diese Einfachmehrfachsteller, die auch von Moderationsfunktionen nehmen kann zwischen Partnern, die sich eben vielleicht nicht an einem Tisch wiederfinden sollen, das ist ja glaube ich eine sehr wichtige Angelegenheit, die man hier in der Stadtverwaltung mit guten Vernetzungen der Stadtverwaltung, wo es baurechtliche Erfahrungen gibt, nutzungsrechtliche Erfahrungen gibt, mit verschränken sollte. Also da sollten wir an der Stelle nochmal neu überlegen, ob das wirklich gut und sinnvoll angesiedelt werden kann. Ich halte es, diese Moderationsstelle wäre sehr, sehr wichtig und notwendig. Die wird, glaube ich, viel in der Stadt hier bewegen können. Da wird er vielleicht auch Pakt zusammenführen können, die die Leute sich noch nicht kennen und auch vielleicht nie jemand reden würden, wenn sie sich über Spaß trauen konnten. Das Zweite, was ich sagen wollte, jetzt auch noch mal deutlich geworden, dieser unterschiedliche Raum, die unterschiedliche Projekte vernichten. Ich will es mal an einem ganz anderen Beispiel, was zwar schon mal erwähnt worden ist, aber deutlich machen, aber was vielleicht noch mal erzählt werden kann. Mit einem Tag oder oben, für das Gehirn aussehener, ist aber nun gerade mal nicht das urbane Gebiet und ist gerade mal nicht auch gut erreichbar. Das heißt, wenn wir dort die Räume, wo der Wille auch da ist, die jetzt zu retten, die sind quasi ein Modell dafür, dass die Herr Wohnt hier vom Landesbesitz übernimmt und über Erdpacht an den Verein weitergibt, wo sich auch die Kulturpolitik verständigt hat, ja wir wollen über den Anfangszeitraum hinaus, DEPACH zumindest, stützen. Die muss natürlich an so einem Ort etwas ganz anderes machen, als es vielleicht in der Feuerwache passieren könnte oder was es in der Hörwache passieren könnte. Das ist ein Gebiet, das gewissermaßen A, seinen eigenen Flair entwickelt, aber wo die Leute, die da oben was machen wollen, auch ihre eigenen Idee bringen. Und ich glaube, diese sehr sorgsame Ausdehnung, was gibt der Raum hier und was wollen die Leute mit diesem Raum machen, das muss ich wahrscheinlich auch sehr sorgsam Raum und Nutzer finden werden gegenseitig. Das wird sehr, sehr differenziert sein in Jena. Und ich denke, wir sollten dann eine große Spannbreite auch in Offenheit haben, auch auf politischer Seite, weil es jetzt, glaube ich, sehr, sehr verschiedene Ansätze gibt. Die einen sehen das vielleicht politischer, die anderen sehen das vielleicht auch auf ökologischem Standpunkt der Kreativwirtschaft, die anderen mehr als Kontemplation. Das sind, glaube ich, sehr, sehr unterschiedliche Ansätze, die auch, glaube ich, auch die eigene Berechtigung oder was immer haben, wo man auch sich selbst zurücknehmen sollte als Verwaltungspolitiker, seine eigenen Meinung und eigenen Vorwurf als Zeit. Das war ja auch mal ausdrücklich. Das Dritte, ich war am Ende März sehr zufrieden. Wir waren nicht mehr zufrieden, als wir endlich diese Kulturfinanzierung, die wir in den nächsten vier Jahren hinbekommen haben. Das war für mich, so nach den ganzen Diskussionen der Kontrollkonzeption und nach den sehr, sehr übsamen Haushaltsverhalten, so der Punkt, wo ich sagte, ja, es ist bestimmt wünschenswert, es werden viel, viel mehr gewesen, aber es gibt erstmal einen stabilen Rahmen für die nächsten vier Jahre, der auch einiges möglich macht. Er macht schlicht der Seller möglich, er macht den Kontrollen Fonds möglich, er macht den Tarota möglich, er macht bei Casablanca beim Theaterhaus notwendige Personalkostensteigerung möglich, er finanziert viele Kultur selbst als Institution solide durch, so dass man zumindest sagen kann, es gibt eine gewisse Sicherheit. Wir haben auch geschafft, sagen wir mal ganz deutlich, dass die freie Szene letztendlich, wenn man die Zahlen von 2008 anguckt, wie man die heutigen Zahlen anschaut, doppelt so viel Finanzen bekommt. Das muss man auch mal so aussprechen. Aber wir machen hier auch die Erfahrung in zweier oder Hinsicht. A, steigen die Mieten und Personalkosten fressen diese erweiterten Fotogramm sehr, sehr schnell wieder auf. Und drittens, es gibt eine Vielzahl guter, neuer Projekte aus dem soziokulturellen Raum, aus dem ganz klassischen Kulturraum, die lohnenswert sind zu unterstützen. Das heißt, wir hängen auch in den vier Jahren sehr schnell an die Grenzen auch wiederkommen. Ich würde das deutlich machen, wir müssen auch sehen, wie wir in vier Jahren weiter diskutieren, wenn es um die weiteren, die nächste vier Jahre angeht. Okay, so war das mein Input noch von mir. Ja, und ich möchte jetzt, ich hoffe, ich kriege da den Faden auch wieder hin, nochmal ganz kurz zurück zum Bogen räumen, aber ich möchte was anderes sagen. Eigentlich ist es ja ganz schön, dass viele Objekte derzeit oder Projekte, Ideen derzeit diskutiert werden. Das sagt schon, dass eigentlich Kurspotenzial vorhanden ist. Und unserer oder meiner Meinung nach liegt da der Schlüssel in der Vielfalt, sprich in der Umsetzung nicht einer oder zweier, die es vielleicht, für die man sich entscheiden kann und, sag ich mal, eine Förderung oder Unterstützung hinbündeln könnte, sondern in der vielfältigen Unterstützung aller Projekte, weil das die in Vielfalt entstehen. Vielleicht ist es sinnvoller dort, die, sag ich mal, die Angebote oder die gedachten Nutzungen zu bündeln und zu sagen, okay, alles geht an dieser Stelle nicht, man konzentriert sich auf das und an dieser Stelle konzentriert sich man auf das. Vielleicht liegt darin der Schlüssel, dass in der Breite eine Vielfalt entsteht. Auch den Blick in andere Stadtteile zu richten ist davon vielleicht ganz gut. Zu den Proberäumen nochmal ganz kurz, da gibt es, fällen wir immer so ein Beispiel auf Dresden ein, da gab es einen Verein, der mit Unterstützung der Kommune einen Plattenbau, einen derftigen Plattenbau, komplett als komplettes, als Riesenproberaum ausgebaut hat, also sprich, da waren, ich weiß es nicht, unheimlich viele Proberäume in einem Haus. Das hat natürlich die ganze Energie gebündelt und hat auch Probleme von vornherein ausgeschlossen, nämlich das Lernproblem, was eigentlich das größte Geblieben von Proberäumen ist, neben den schlechten Zuständen. Gut, wir haben die Raumdistribution. Götz Plantenburg hat gesagt, wo jetzt nichts mehr vorhanden ist, müssen wir neu bauen. Das ist richtig und ich sprach vor, von unfertigen Räumen, die es nicht mehr gibt, somit müsste man bei Neubauten, denke ich mal, von Anfang an auch die Kulturschaffende mit einbinden, um unfertige Räume auch da entstehen zu lassen. Also nicht, wir sagten es vorhin, nicht das Ziel, nicht das Ziel, sondern der Prozess steht am Vordergrund. Und ich glaube, viele Initiativen wünschen sich, dass sie mehr oder weniger bei Null anfangen können und nicht bei 10, um eben ihren gestalterischen Bedürfnissen nachkommen zu können. Also wenn es im Neubau geht, wenn dieser mal auf die Spannung ist, man muss sehr weit denken und das finde ich auch gut, dass man an der Stelle, gerade beim Neubauen, sollten sie zustande kommen, jetzt nicht das Ziel vor Augen hat, sondern die Entwicklung. Vielleicht erst mal nur ein Gerüst stellt, der Rest entwickelt sich dann schon. Vielleicht sind da ein paar Adaptionen vom Wächterhaus-Modell möglich oder vielleicht entsteht hier ein völlig neues Modell. Ein Punkt hatte ich noch, aber der habe ich jetzt vergessen. Ich habe vorhin versucht zu sagen, dass man sich einerseits natürlich neue Räume verschließen kann, inzwischen nur zum Unnutzung vielleicht auch durch Neubau, auf der anderen Seite aber auch vorhandene Räume die man einfach nochmal effektiv benutzen kann. Da denke ich ja auch, dass es durchaus möglich ist, auch in den Probenräumen ein bisschen mehr zusammenzurücken. Also bei uns war das auch so, als ich noch einmal gespielt habe, wir haben uns dann auch mit zwei anderen Bands geteilt natürlich. Wir hatten Glück, wir hatten Vertrauen zueinander, da schreibt man dann drei Passams rum, und zwar gerade, dass man den Kram von den anderen Bands nicht angewört. Wenn man kein Vertrauen hat, kann man das mit relativ geringen Eingritte eigentlich auch lösen. Da hat man ein abgetrenntes Abteil oder so, wo das ganze Klappel reinkommt. Das Problem ist das Schlagzeug, klar, aber ich meine, der Gene hat ja irgendwie zum Grund, wenn der Raum groß genug ist, zwei Schlagzeuge, wo man sagt, ich kriege den Dickel der Titel rüber, dann ist es eigentlich auch geschützt. Also ich denke mal, das sollte schon möglich sein, irgendwie in zwei, drei Bands in einen Probenraum zu gehen. Das ist eben genau das Prinzip der Mehrfachnutzer, irgendwie das einfach... Fünf sind in einen in jeder. Jeder sind fünf in einem. Dann kriegen wir das nichts mehr, ja. Vielleicht geht sogar das, also wir müssen mal schauen, nach auch baulichen Möglichkeiten, dass man eben Möglichkeiten hat, irgendwie sein Zeug runterzubringen, einigermaßen sicher runterzubringen. Ja, hörst du mir. Danke. Ich habe noch mehrere Punkte, den einen hat mich letztlich erledigt, den du noch genannt bist, Stefan, ich will es trotzdem gerne nochmal, auch wenn wir uns gestern schon darauf geeinigt haben, wir wollen eher positiv reden, will ich die Befürstung tatsächlich nochmal aussprechen, die halt mit dieser Liste gebrochen ist, was ja eine schöne Sache ist. Die Befürstung, die du jetzt positiv sagst, wir wollen diese Vielfalt, diese unterschiedlichen Orte haben, ist ganz einfach, dass letztlich der eine gegen den anderen Ort ausgespielt wird, weil man aus der Sicht der Stadt nicht sieht, wie man mehrere Orte gleichzeitig unterstützen kann. Deswegen haben wir auch in den Redezeit, ich hatte in der Vorbereitung, auch darauf abgezielt, zu sagen, es geht nicht immer nur um das Geld und die finanzielle Unterstützung, und gerade diese Moderationsfunktion und so weiter sind halt auch möglich. Also wir haben das diskutiert zum Beispiel, bei diesen zwei Beispielen Lagerwirtschaft und Vorderwachen halt, so als präsent und rechtlicherweise ein Redebeitrag waren, also die Befürchtung einfach, dass dann halt die Stadt anfängt auszuwählen, wer unterstützt jetzt den einen Ort und den anderen nicht, weil die sind vielleicht tatsächlich in ihrer Anzug- und Bedarfsstruktur halt einfach sehr unterschiedlich. Also da einfach momentan zu erinnern, Unterstützung ist nicht immer finanzielle Gebundenheit. Das andere ist tatsächlich, ja, da hat sich da im letzten Jahr was bewegt in der Kommunikation, ich sehe das auch positiv, und ich möchte trotzdem nochmal, gerade in Anschluss an dein Beispiel, weil das ist ein gutes Beispiel, wo die Szene kompliziert hat. Wir haben damals wirklich mit mehreren hundert Menschen diese Zettel, wir haben einen Briefkasten eingeworfen und es kam keine Reaktion seitdem das Oberbürgermeister. Also es war adressiert an den Oberbürgermeister, an die Stadtverwaltung und an die Stadträte. Es wurde nicht einmal an die Stadtverwaltung dieses kleine Schreiben weitergeleitet. Natürlich sickert es durch, die Stadt ist klein. Es gab auch andere Beispiele, wie letztes Jahr, als wir für den Inselplatz halt in Stadtvertreten wollten und der Stadtrat aus eigentlich nicht so ganz erkenntlichen Gründen mehrheitlich das Rederecht für Oliver Schubert in dem Fall nicht gewährt hat. Die Rede wurde dann von einem anderen Stadtrat, ja, redeberechtigten Stadtrat hat gehalten. Also ich denke, es ist wirklich schon viel passiert. Auch dass wir heute hier sitzen, ist ein gutes Zeichen dafür. Es gab auch eine große Arbeitsgruppe zu der Problematik von der Insel. Also da tun sich viele und trotzdem, denke ich, ist da noch ein bisschen was dran zu drehen, am Ernstnehmen der bunten, unkonventionellen Leute seitens der Stadt. Also da sozusagen, das kann man im Sinne des gegenseitigen Verständnisses natürlich auch andersrum drehen. Also wir müssen uns natürlich auch bemühen, bei aller Kritik und utopischen Außenperspektiven halt da ruhig zu bleiben. Und trotzdem jetzt an dieser Stelle muss ich auf Herrn Dankenburg antworten, gerade nachdem wir ja zum Thema Eichplatz gestern und letzte Woche schon zusammen getroffen sind. Denn wenn gesagt wird, wir haben, klar, wir haben diesen Raumdruck und verschiedene Raumbedürfnisse, und wir wollen die nicht gegenseitig ausspielen. Und freilich, klar, wenn jetzt irgendeine Stadt das Neues macht, es gibt immer irgendeine Kritiker, das ist schon richtig. Und wenn Neuraum geschaffen wird und in dieser Diskussion hier und heute das so dargestellt wird, wir wollen ja Neuraum schaffen, aber dann gibt es halt noch recht die Kritiker, muss ich anmalen, auf dem Eichplatz ist ein riesen Areal innerstädtig, der ohne Kulturraum entstehen wird. Ich habe diese Frage explizit nachgestellt an beide Projektentwickler, an den UFB und den haben wir gestern und an den ECE letzte Woche. Beide bestätigen, es wird dort von der anderen Seite ausgeplant kein Kulturraum entstehen. Die Antwort war auch auf die Frage, warum? Einfach aus wirtschaftlichen Gründen, sozusagen. Die Kultur ist halt nicht so wirtschaftlich wie Einzelhandel. Richtig, da habe ich mich gefragt gestern, ist es denn nicht möglich, wenn ein Bauherr, ein Investor hat so ein riesen Areal gebaut, er hat jetzt sogar schon Grundriss-Überlegungen, und warum können wir ehrlich so eine Art Quersubventionierung ermöglichen, wo er eigentlich kommt, okay, an dieser Stelle ist jetzt ein Kulturraum, den schreiben wir als solchen aus, und da bleiben wir genau für diese begrenzte Quadraten der Zahl einfach mit der Mitte runtergehen, damit es möglich ist. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, gibt es dann vielleicht an der anderen Ecke des Gebäudes Räume, die halt teurer vermietbar sind, weil da halt ein super teurer Hang ausfällt. Komplett ist aber so gebündigt, ja. Also ich meine, diese Quersubventionierung ist auch innerhalb der Wirtschaft möglich, das hat er tatsächlich eingeräumt, diese Möglichkeiten bestehen. Da sehe ich dann auch sozusagen ein Stück weit in der Pflicht, und Sie haben ja jetzt dann auch darauf geantwortet, den schwarzen Väter zu Investoren zuzuschieben. Ist nicht richtig, sehe ich ähnlich. Die Antwort kam auch, der Auftrag ist in dieser Form schlichtweg von der Stadt nicht gestellt worden. Das heißt, ein Stadtrat beschließt, vorgegeben, vorgearbeitet, ausgearbeitet, wie auch immer gelenkt durch verwaltungsplanerische Akteure, beschließt die Bebau eines riesengroßen innerstädtlichen Areals und beauftragt nicht die Investoren. Und die Möglichkeit gibt es, da auch kulturellen Raum zu schaffen. Ob der dann im hochkulturellen Bereich liegt oder im soziokulturellen Bereich, ist ja dann erstmal zweitens. Es gehört zum lebendigen Dasein der Institution. Und deswegen habe ich nochmal nachgefragt, vor uns fand ich einen super spannenden Hinweis, wo ich genau dran gedacht habe. Natürlich hat die Stadt Möglichkeiten auch in Verkaufsverträgen genau sowas zu regeln. Und zu sagen, okay, hier kriegt von uns eine Möglichkeit ein riesiges Ende zu bauen. Das ist wieder eine Referenz für euch, für die Zukunft. Ihr könnt da auch Gewinn damit einstreichen. Also ein riesen Ding für euch. Wir fordern was Kleines zurück. Ein bisschen Raum für Kultur. Oder für eine Kindertagesstätte. Was war denn das eigentlich für eine Sache, dass eine Kindertagesstätte am Anfang halt irgendwie da angeplant war, von der wir wohnen. Und auch meine Nachfrage, wer das ausgeredet haben soll, gab es hier eine komplette Antwort. Irgendwie in dieser Fachstudie damals wurde empfohlen, diese Kindertagesstätte da nicht einzubauen. Und du wirst da bitte auch fragen. Das verstehe ich nicht ganz. Also da sehe ich halt die Pflicht der Verwaltung und vor allem auch der Stadtwille, die ja eigentlich die Verwaltung beauftragt, unkontrolliert, da wirklich drauf zu achten. Aber das gilt für den Eichplatz. Wie auch für den Inselplatz sei es drum. Das ist eine andere Diskussion, ob da dieser Raum, der da jetzt gerade ist und der wunderschön ist. Und hier habe ich nach so einer Veranstaltung, die gestern auffängt. Dafür kann ich wieder Kraft sammeln. Ich bin froh, dass ich auf der Insel lebe und dort gefühlt mit Menschen zusammenkomme und nicht mit irgendwie standardisierten Einzugträgern, die halt irgendwie, die muss man locken damit, die Gefühlenheit sich bei dort hat. Das ist schade, das ist wirklich schade. Also ich finde es wichtig, solche Orte zu haben, sonst wäre ich nicht hier. Und der Inselplatz wird gebaut, okay, wenn das Haus dann erfüllt geht, ist das die eine Sache. Aber warum? Warum auch da einen riesengroßen innerstädtlichen Platz allein für eine Uni zu vergeben? Auch da vielleicht die Antriebung, um zu sagen, dort mittendrin, in diesem Unikampus, wenn er denn so kommt, wie es halt manchmal wollen, ist keine Lernbelästigung für Anwohner da, weil er wohnen kann, würde kann man eine Kulturraum schaffen. Warum denn nicht? Also da wirklich, ja, bleibt oder bleibt. Okay, ich versuche es mal einen kurzen Stand zu halten. Wir haben in den letzten Jahren als Stadt, im Auftrag des Stadtrats an mehreren Stellen Kulturflächen massiv ausgeweitet. Wir haben das Volkspark mit einer Nutzfläche von, ich habe sie nicht im Kopf, Frau Dr. Franz, Sie haben zwar, gut, übergeben die konkreten Zahlen, aber das ist schon extrem massiv. Und wir haben auch andere Freundlichkeiten geschaffen, in der Innenstadt oder auch in anderen Schäden, oder haben es unterstützt, das Flächen entstehen. Am Eichplatz, konkret zu sagen, da ist 100 Quadratmeter Ladenfläche auszusparen für Kultur. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen als Stadtplaner, bei uns wird da eher der Kopf drüber geschüttelt für die Soziokultur, als fertiger Raum in einem neuen Quartier, mit einem Herrenausstatter links und einem Juweliergeschäft rechts, dann irgendwie Soziokultur zu machen. Das kommt mir verlegen vor, aber ich bin vielleicht auch noch fantasienvoller genug. Und die Idee, die von einem Investor erwähnt wurde, wir machen das Kunsthaus am Eichplatz. Da gibt es eine etwas längere städtische Diskussion zu, ob wir uns denn ein Kunsthaus in der Form leisten können und wollen. Und das hat bisher zu der Antwort geführt, nein. Dementsprechend musste auch der Investor seine Pläne ändern. Und bei der Kita, inzwischen ohnehin den Trend, dass wir künftig wahrscheinlich darüber reden können, wie wollen wir sich das nachnutzen. Tja, hier für den Raum vielleicht eine ganz interessante Anregung. Würde uns auf jeden Fall die Schließung einer bestehenden Kindertagesstätte erleichtern, wenn man weiß, da kommt anschließend irgendwie was Konstruktives rein. Aber die Kita ist im vierten und fünften Obergeschoss mit dem Dachgarten in die Sicht gewesen. Nach der Kindertagesstätte Ausstattungsverordnung müssen zehn Quadratmeter Außenfläche pro Kind vorgehalten werden. Und ja, man hat einen Dachgarten. Das ist nicht der ideale Standort für eine Kita, Entschuldigung. Eine Kita ist auch alles andere als ein öffentlicher Raum. Versuchen Sie mal, nach 17 Uhr auf den Spielplatz einer Kita zu kommen. Da ist ein Zaun drum rum und der bleibt zu. So wie da auch nur ein Glasscherbe drin liegt, kriegt am nächsten Morgen nämlich die verantwortliche Pädagogin einen Schreienfall. Und entsprechend bleiben das sehr private Räume, geschlossen für diejenigen, die die Anmeldung glücklicherweise gekriegt haben. Alle anderen bleiben draußen. Und es ist ganz schwierig, das bei Schulen durchzusetzen, dass man vielleicht Räume öffnet. Und zwar erstmal um die Außenräume, wo irgendwelche Spielplätzen sind. Da den Rektor dazu zu bringen, mal gnädigerweise das Tor aufzuschließen, ist eine Mammutarbeit. Und die Räume zur Verfügung zu stellen, das ist nochmal schwieriger. Und da sind wir dann wieder beim Thema Vertrauen. Räume haben wir genug. Also nicht für jede dauerhafte Nutzung, aber so punktuell für ein paar Zeiten. Nicht unbedingt beim Räume, weil das ist in der Schule auch schwierig zu beweisen. Vor mehreren, innerhalb des Gebäudes, haben wir an verschiedenen Stellen probiert und wurden nicht glücklich. Aber der Gut ist einfach, das Vertrauen muss da sein, dass man den Schlüssel umsieht. Und da müssen viele Beteiligte von vielen verschiedenen Seiten auf die Schlüsselträger zugehen. Ich schaue jetzt ein bisschen auf die Uhr an, weil wenn wir jetzt halb 10 Paddings sein sollten, aber so ist es eigentlich zehn Minuten nach halb 10. Jetzt sollte jetzt jeder das Wort geben und dann würde ich nochmal versuchen, und dann noch was zusammenhalten, was du sagst. Ja, äh, ich würde nur was zu Weisheit sagen. Auch die Sache mit dem Vertrauen, denke ich, das ist sehr wichtig. Und man merkt, dass in Jena irgendwie, das ist meine Wahrnehmung, dass viele Politiker oder Politiker hier in Jena, denke ein bisschen konventionell. Und man sieht ja auch die Projekte, wo man sich immer Bürgerbeteiligung wünscht, aber nicht erachten oder nicht beachten oder nicht wahrnehmen, die Wünsche der Bürger, und die nehmen die Bürger nicht in ihrer Funktion, alles politische Menschen, die dann vielleicht nicht der Fachmann ist, aber die wissen ganz genau, was ist gut für diese Person. Und ich denke, weil sie hat mir gesagt, wir müssen zugeben, dass da wirklich ein Mangel bei diesem Projekt geeignet hat. Vielleicht nicht in manche, sagen wir mal, juristische Fragen wie Kinder, aber dass ich da nicht gedacht habe, und ich dikte jetzt auch an den Mangel, bei diesen großen Projekten, bei den Staaten. Man weiß ja, die Politiker wissen besser als wir, Bürger, weil die haben mehr Informationen als wir, die man nicht sieht. Und das ist die eine Sache. Und die andere Sache, dass wenn wir alle Frauen vertrauen, und die Wahrnehmung von Bürger, ist, dass man hatte die ganz andere Meinung, weil es zu sagen, warum die Soziokultur nicht sich, wie sagen wir mal, heimisch oder sich gut fühlen, in einer dieser Umgebung in einer Klasse. Ich denke, das ist die Idee, wie definiert man und was ist die Soziokultur. Und ich denke, genau in diese Räume, wo man keinen mehr Raum von Kreativität hat, dass ich genau dort, muss ich heutzutage in einer modernen Gesellschaft, soziokulturelle oder soziokulturelle Projekte, wo Menschen, die kreativ in diesem Bereich sind, nachzudenken, wie ich ein Stück Menschlichkeit, in diesem, sagen wir mal, ja, Tempel von Zement und so weiter und so fort. Und das, wenn ich denke, muss man zugeben, wenn man Fehler macht, und Jena macht Fehler bei diesen Eiche-Projekten, Eiche-Platz-Projekten. Und man weist das und deshalb kommt nicht voran. Und ich denke, gibt es noch Möglichkeiten nachzudenken, weil es gibt andere juristische Fragen, und es kann die Politik hier diesen Gut geben, dass sie diese großen Projekte und sowieso bei den Inselplätzen, dass man Kultur, und Kultur ist so ein Weiterbegriff, manche Wege sind, man die soziokulturellen Projekte oder Kultur, alles etwa, was weiß ich, von Menschen an der Gesellschaft, wieder sehr an Projekte, in der italienischen Kultur, in der klassischen Kultur, eine Galerie oder eine kleine Musikschule, oder was weiß ich, noch immer. Aber immerhin brauchen wir Kultur in dieser Stadt. Ich würde jetzt kurz noch eine Diskussion zu Ende führen, auch wenn wir jetzt noch ein schlägerlich verwandtes Gebiet, wo wir jetzt mal so gemacht haben am Ende. Hier war aber noch mal das Stichwort, was ich vorhin sagte, wichtig, dieses Vertrauen in der Landtag zu gewinnen. Ich denke, da sind wir auf dem Weg, das zu schaffen. Das trägt vielleicht auch dieser Abend dazu bei. Ich würde gerne, dass das, was heute Abend geredet worden ist, nicht in Vergessenheit geredet. Also wir haben einerseits das dokumentiert auf Video. Das wird auch jedem, der es wünscht, gerne zur Verfügung gestellt werden. Ich weiß nicht, ob die Referenten bereit wären, ihre Präsentationen am Ende auch zur Verfügung zu stellen. Ich muss hier noch mal drüber arbeiten. Dann könnte man das zumindest aufheben formulieren. Ich möchte nämlich nicht, dass die vielen Anregungen, die heute gekommen sind, die waren ja sehr, sehr unterschiedlich, auch diese Anregungen. Ich glaube auch sehr, sehr sinnvolle Ideen, die man prüfen könnte, was in Ihnen umsetzbar ist, vielleicht von den Ideen aus Leipzig oder von Ihnen. Und auch was von euch genannt worden ist, ich möchte nicht, dass es verloren geht. Und ich würde gerne eine Form finden, wie man dieses Gespräch fortführen kann. Ich denke, vielleicht ist das auch eine Aufgabe von so einem kulturellen Beirat, darüber mal nachzudenken. Natürlich können auch die Grünen wieder einladen, aber ich glaube, es wäre auch eine sinnvolle Angelegenheit, wenn das vielleicht auch eine Gruppe übernimmt, die eigentlich dafür auch mal gegründet worden ist. So ein kultureller Beirat ist ja eigentlich diese Vermengung aus Politik und Kulturszene, wenn ich überlege, was für ein ständiges Format, ich formuliere es mal in der weiteren Diskussion. Darf ich kurz dazu sagen, dass, was ich erkenne, was schwierig ist in diesem Beirat, dass die Leute aus der Szene, die da drin vertreten sind, viel von der Kulturarbeit halt ehrenamtlich machen, ohne Bezahlung machen, insgesamt halt wenig Geld haben, oder halt irgendwie da einen hohen zeitlichen Druck haben. Das heißt, also ich sehe sozusagen, wie man solche, es ist ganz schwierig, solche Formatoren zu machen. Ich verstehe es inhaltlich, es ist da gut aufgehoben. Aber ich kann nur sagen, die Politiker, die sind auch alle ehrenamtlich. Ja, ja, das ist richtig. Und man hat einen achten Job, man hat einen geschlagen durch ihre Arme, Arme und Kopf. Also wenn wir zusammen reden wollen, wenn wir zusammen reden wollen, dann wird alle weiter der Freizeit tun. Und ich glaube, der Wunsch genannt zu reden ist da. Und da müssen wir einen Weg finden dazu. Und deswegen wollte ich gerne, dass der Beirat sich darüber mit Danken macht, man müsste sich ja nicht jede Woche dreimal treffen, sondern man muss darüber nachdenken, was man für Formate, auch für Anstellungsformate findet, und spezielle Projekte, aber auch grundsätzliche Ideen, die gekommen sind, wie kann man Moderationen in der Stadtverweiterung und ähnliches vorantreiben, wo kann man sich auch mal die Liste von Herrn Heiske noch mal verständigen, wenn man so viel zusammengetragen hat. Also, glaube ich, eine Fülle von Themen, die man weiterverwenden kann, und die man auch in diesem Maße irgendwann sehr konkrete Stadtratsbeschlüsse und Umsetzungen führen kann. Und da muss ich denken, wo eine Stelle die, wo diese Kommunikation möglich ist. Und die will ich jetzt nicht priorisieren, dass man es heute Abend noch etwas festlegt, aber ich würde die gerne in den Beirat hinüberweisen und vielleicht kann auch der Kulturausschuss sich dann noch, sage ich noch mal, beschäftigen, weil ich als Vorsitzender war zumindest auch da, Herr Vogel, sodass wir da, denke ich mir, einfach diesen Gesprächsfaden sich abreißen lassen, sondern diesen Gesprächsfaden fortführen. Das wollte ich sehr, sehr wichtig finden. Ich bedanke mich für das Kommen. Ich bedanke mich für die guten Ideen aus dem Publikum und aus den Reihen hier vorne. Wir werden diese besagten Dokumente sammeln und die Bibliothek sammeln, und wie er das haben möchte, das können Sie sich melden bei uns, dann kriegt er Sie. Vielleicht finden wir die Möglichkeit, das auf unserer Homepage runterladen zu bringen. Das müssen wir dann sehen, wie es rein technisch erfolgt. Und es gibt jetzt noch die Möglichkeit, ein Bier zu trinken, so wie ich weiß, es ist zumindest ein Blickjopf noch. Aufgrund des Fahrplanes. Aufgrund des Fahrplanes. Er nutzt den letzten Zug nach Leipzig. Da, also ich wollte Ihnen jetzt ins KW Zentralmenü über wechseln, wir gerne mit Ihnen noch, ich weiß nicht, ob Sie noch Zeit haben, mit den beiden, und vielleicht können wir auch in manchen Gesprächen noch bei mir ein bisschen weiterführen, was heute gesagt worden ist. Deswegen eine Einladung, der mitkommen möchte, dann kann der Zentral, der gerne mitkommen. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns wiedersehen, an den Gesprächen, wo wir uns sowieso sehen werden, aber vielleicht an Ort und wenn ich jetzt will. ein bisschen mehr vom abonniere uns, weil wir uns noch einmal mit dem declaration nicht geben können. wenn wir uns wieder dopo Wir wollen nicht mal ganz verzichten.